Gut, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß mit meinem Ich-Zocke-Ihr-Show zu Live Moons of Madness. Ein weiterer Horrortitel in unserem Halloween-Stream. Ich bin gespannt, wie es ist. Und irgendwie lässt sich das Spiel gerade nicht starten. Warum auch immer. Jetzt ist es. Hä? Alter, das gibt es doch nicht. Ich muss es nochmal. Oh, was ist denn das? Die Maus hat sich komplett... Okay. Nochmal. Ah, das Game wollte ich dir auch mal vorschlagen. Ja, 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 ja. Es war jetzt so im Halloween-Sale extrem billig. Da habe ich gedacht, zugeschlagen. Okay, wann zockst du denn mal wieder ein Dark Souls-Teil? Gar nicht. Ich weiß, Schulti, das hat dir Spaß gemacht, aber... Ich zocke erst Elden Ring wieder. Ich habe alle Dark Souls-Teile durchgespielt. Ich habe Demon's Souls durchgespielt. Ich habe Dark Souls durchgespielt. Alle Teile. Aber irgendwas stimmt mit der Maus hier nicht. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Egal. Ich hoffe, das ist im Spiel nicht nachher auch so. Let's go! Good morning. Manticore Research Group in association with... Welcome to... Master Bettstein. Weckruf. The hell? Das ist mein Bett? Erstmal mit Licht. Home. Deimos. Okay. Let's mal die Tür öffnen. Oh. Ah. Warum ist denn hier kein Licht? Hallo? Anyone there? Moment mal. Ich habe keine Untertitel. Wo sind die Untertitel? Sprache Deutsch. Alter, was ist denn mit der Maus? Warum ist denn das so dumm gemacht? Was sind denn die Untertitel aus? Okay. Eine Lampe. Taschenlampe ein- und ausschalten. Nice. Ich weiß, war auch... ...nen kleinen Joke. Hab nur Bloodborne und Dark Souls 3 durchgespielt. Seit... ...na... ...knappen Woche schlage ich mich... ...irgendwie durch Dark Souls Remaster durch. ...ah, okay. Wow. Spaß macht. Auch schon überlegt, ob ich das Remaster noch spielen soll. Aber es ist nur ein Remaster. Es ist ja nichts... ...nicht komplett neu. So wie jetzt bei Demon's Souls. Keine Ahnung, was hier los ist. Ist das Blut? Wow. Okay, alles klar. Was steht hier? Kann ich das lesen? Irgendwo. Ist leider Englisch. What the hell is this? Irgendwelche Geschwüre an der Wand. Noch mehr von den Dingern. Scheiße, es sieht aus wie eine riesige Zunge. Ekelhaft. Wow. Auf jeden Fall ist hier irgendwas Außerirdisches. Ähm... Da hast du recht. Demon's Souls werde ich irgendwann auch mal nochmal spielen. Sobald ich mal an eine PS5 komme. Ah ja, da bist du nicht der Einzige. Was ist das? Ist das kaputt? Ja. Alter, ist das ekelhaft hier. Und wann ist es soweit mit Far Cry? Keine Ahnung. Also nächste Woche, wenn Snoop noch immer nicht soweit ist, dann spiele ich alleine weiter mit Ding oder mit Masty. Also ewig lang warte ich auch nicht. Es war jetzt lang genug. Ich hoffe, er hat sich jetzt wieder gerafft. Und ist bereit zum Zocken. Oh. Nice. Gleich mal zum Inventar hinzufügen. Brechstange ist immer gut. Kann man gut gebrauchen. Vielleicht kann man damit die Tür öffnen. Ja, tatsächlich. Und zack. Und. Na los. Schieben, schieben, schieben. Cool. Das ist immer das Unendlich-Zeichen, so wie es aussieht, ne? Zwei Kreise, die sich in der Mitte treffen. Das Unendlich-Zeichen. Was kommt? Blass die Kerzen aus. Wo? Die Kerzen. Oh, Geburtstagsfeier. Wow. Oh, mein Gott. Was war das? Oh, ho, ho. Rise and shine, Leute. Ist alle okay? Ich habe fast meinen Kaffee gebraucht. Oh, mein Gott. Ich werde die Redezeit checken, aber das war noch unser größtes Quake. Ach, das war nur ein Traum. Endlich-Procedure. Newhart, du wirst, was zu tun. Wenn es kritisches Schmerzen gibt, lasst mich wissen. Ja, okay. Kein Problem. Dr. Van Buren, du wirst mir am Laufenden-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen-Zeichen. Declan, du bist auf der Kaffee. Findet irgendwelche Systemprobleme, relaye sie zu Shane. Aye, aye, Kapitän. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. Ich muss dir etwas beuchten. Ich will dir... Durchgestrichen. Hey! Durchgestrichen. Diesen Brief habe ich schon sechsmal unterschrieben. Äh, umgeschrieben. Und vermutlich schreibe ich ihn noch öfter um. Ich habe viel Zeit, bevor ich ihn dir schicken kann. Du verdienst es. Durchgestrichen. Ich sag's ganz offen. Ich bin nicht in der Antarktis. Die Expedition gibt es nicht. Und falls doch, äh, bin ich nicht dabei. Ich bin etwas weiter weg. Ähm, auf dem Mars. Ich hoffe, du kannst mir ver... Vergeben. Meine Notlüge ist keine Grund... Äh, Geringschätzung. Meine Notlüge ist keine Geringschätzung. Die Firma nimmt Geheimhaltung sehr ernst. Vermutlich haben wir uns längst persönlich getroffen, bevor ich dir das hier schicken darf. Ich will, dass, äh, du es von mir hörst. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Was ich dir eigentlich sagen will, ähm, geht nicht weiter. Okay. Hm. Hm. Ist tatsächlich auf dem Mars. Wir sind tatsächlich auf dem Mars. Oh. Was ist das? Ein Bild. Was? Umklettern. Ich sollte das memorieren. Okay. 0509. Das bin dann wohl ich. Inventar hinzufügen. Ist das vielleicht... ...der Name? Ah. 0509. Sehr gut. Mhm. Sean. Ich bin Ingenieur. Okay. Okay. An alle Mitarbeiter. Bitte denken Sie, dass, äh, neue Sicherheitsupdate, das morgen installiert wird. Andernfalls sind Sie möglicherweise vorübergehend in Ihrem Zimmer gefangen. Notieren Sie den Code, um ihn nicht zu vergessen. Das Management. Ja, wo ist das... Wo ist dieser Code? Hm. Egal. Sonst kann ich ja nichts. Das war's. Also gut. Was haben wir hier? Oh. Erstmal das Bett aufräumen. Auch gut. Kann man sich die Hände waschen? Nein. Hm, die Tür ist lockt. Ja. Was hatten wir da? Ich muss es in meinem Terminal. Oh, warte. Was ist hier drin? Ein was? Hm. Was ist das? Ein Stein? Okay. Warum habe ich den Stein hier? Nochmal. Nochmal. Okay. Guten Morgen, Sportsfreunde. Wilcox, ähm, war so freundlich, dich heute etwas länger schlafen zu lassen. Aber das heißt auch, dass Dr. Van Bure zur Absturzstelle der Chirano, der Chirano, ähm, unterwegs ist. Ich werde das Problem also erst melden, wenn er zurück ist. Ich weiß, dass Lukas am Code des Bio-Messengers rumgespielt hat. Also rede zuerst mit ihm. Außerdem könntest du dich beim Doktor melden, um ein bisschen zu plaudern. Hätten, ich finde nichts zur Behebung von Fehlern und in der Codierung der Solaranlage. Ich habe jedes Mal eine Diagnose laufen lassen, aber nichts Ungewöhnliches festgestellt. Ich komme mir langsam vor wie am Murmeltiertag. Ich denke, es wird Zeit, die Zentrale über das Problem zu informieren. Selbst eine Befehlslösung wäre besser, als jeden Tag die Notstromaggregate anzuwerfen. Okay, das ist mein Ding gewesen. Dr. Newt, Ihre allgemeine Vertraulichkeitsvereinbarung wurde aktualisiert. Bitte melden Sie sich baldmöglichst an. Sie halten diese Nachrichten nur aus Höchstlichkeiten sämtlicher Änderungen. Sie sind bereits in Kraft, hochachtungsvoll. Bla, bla, bla. Äh, das zweite... Das ist voll... Türen entgegen. Okay. Und wo bist du? Once more, I venture into the great unknown on duty at the satellite dish and currently communicating, which is technically my job. Juhu. Hui, ist so voll. Juhu. Ha, das kann man öffnen. Oh. 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 Die liegen jetzt alle auf dem Boden. Die ganzen Astronauten liegen alle auf dem Boden. Das ist ja dumm. Was haben wir hier? Seien Sie gegrüßt, Crewmitglied. Als Mitglied, das... So an... Ja, danke für Ihre Wachsamkeit. Ich habe jetzt keine Lust, das alles zu lesen. Es geht einfach nur darum, dass... Die Sicherheitsmaßnahmen und, und, und... Was auf dem Schiff. Was? Hey, was ist mit den Lichtern? Äh, ja, ich bekomme einige gewisse Spikes und Kraft, als die Batterien in die fliehen. Hey, du, du hängst fest, während ich deinen Job für dich mache, okay? Nein, ich habe einen Kaffee. Nein, wirklich. Geh den Lauf. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Er hat einen Briefkord von Orgy. Er ist also offiziell... Neue Bilder für ihre ID-Karte zur Freigabe. Kommando Wilkson. Management. Okay. Ah, das sind die neuen Bilder. Kaffee ist fertig. Oh. Taschenlampe. Äh... Kannst du deinen Bio-Gage checken und sehen, ob deine tägliche Objektive aufgeteilt wurden? Ich verstehe das. Okay, ich wollte einen Kaffee machen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Erstmal lecker Kaffee gönnen. Zack. Und schlürfen. Zack. Was haben wir hier? Was zum Essen? Mh... 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 Töch... Tome... Tomaten... Oh ja, schönes Wetter auf dem Mars... Trainingsraum, aber kein Strom, keine Energie. Okay. Gehen wir mal hier runter. Schon keine kleine Anlage, echt. Hä? So weird. Deja vu. Das ist ein bisschen ein Traum, ich hatte. Das ist nicht wichtig. Das ist einfach weird. Was? Okay, okay, okay. Ich muss wieder hier aufmachen. Ich verstehe. Was hat der an der Hand? Das ist so komisch in Narben. Ach du Scheiße. Now, where is that Bio-Gage? Ah, alles offline. Greenscreen? Okay. Gut, wahrscheinlich für Übertragungen. Was ist das? Gibt's ja auch Roboter? Wer weiß. Hallo? Was? Dolby Vision und HDR ist halt schon eine coole Sache. Achso, wegen Playstation 5. Abgeschlossen, war ja klar. Kann das sein, dass das Spiel jetzt doch wieder zu leise ist? Ich muss da irgendwie reinkommen. Aber wie? Ist das verschlossen? Scanner? Okay. Vielleicht komme ich von oben irgendwie rein? Ja, doch. Okay. Okay. Ein Baum? Okay. S-s-s-subscribed. Willkommen in der Elite. Willkommen in der Elite, Mickey. Danke. Vielen lieben Dank für deinen Support. By the way, gibt's noch viele VODs auf Twitch. Kannst du dir jetzt angucken. Auch Horror-Spiele, falls du da Fan-Folgen bist. Einige Sachen gibt's noch nicht auf dem YouTube-Kanal. Ich plane sowieso, morgen, da ich ja heute schon meinen Halloween-Stream mache, morgen dann so ein paar ältere Streams hochzuladen. sind auch Horror-Spiele alle auf YouTube den ganzen Tag wahrscheinlich. Das sind, glaube ich, ein paar. Also, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Mal gucken. Hä, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Das ist alles offline. Ich komme hier nicht durch. Ich glaube, ich muss hier jetzt noch nicht rein. Scheiße. Ah, vielleicht nachher. Vielleicht muss ich erst meinen Strom anschalten. Ach, ich komme gar nicht mehr zurück. Warte mal. Doch. Oder? Nee, ich komme nicht mehr zurück. Na toll. Was ist das denn? Nicky-1103-spendet ein Bits. Jo, vielen Dank. Umblättern. Zurücksetzen, umblättern. Das ist nur meine Glückwunsch. Ich muss etwas zu finden, was kann in da sein. Declin, habe ich den Bio-Gage gefunden. Aber es wird nicht aufstehen. Ich muss es aufstehen. Findet etwas klein und klein. Ein PIN muss funktionieren. Da. Das funktioniert. Great. Wir müssen jetzt aufstehen das System. Ich habe die Server mit Bio-Gage gefunden. ist alles sehr gut Inventar Ah, und Siele Nice Scannen Verbinden Wie geht das? Ah Das System ist gestört System neu starten? Ja Ah Sehr gut Verschlossen Ich geh mal Oder immer offline Achso, da sehe ich dann den Weg Wo ich hin muss Das ist ja nice Das ist schon ein bisschen wie bei Dingen Wie bei Ähm Hier Wie heißt's Dead Space Okay, zum Helm aufsetzen Na dann Na dann So Und Luftzufuhr Sauerstoff 100% Nice Okay Ja, ja, bin schon dabei Gut, jetzt auf Wow Okay, cool Okay, cool Schulti Schulti Unterstrich 1989 Spendet 1 Bits Vielen Dank Schulti Okay Okay Hier kann ich wieder mein Oxygen auffüllen Sehr gut Sehr gut Sehr gut Na, hab ich eigentlich nicht gebraucht, aber egal Musst du erst die Türe schließen Dann machen wir das doch mal Und Öffnen Nice Hier dürfte eigentlich Sauerstoff genug sein Erste Hilfe Alles klar Na, ich denk schon Na dann mal los Wo fahren wir hin? Nein Einen Moment Wo soll ich denn hinfahren? Wie kann ich das nicht umwecken? Wie kann ich das um? Was? Egal Okay Maschine starten Okay Declan Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array Well, now you've got nothing to do but listen to me Just when my migraine was starting to clear up I'm actually glad to have the Cyrano landing today Some fresh faces With supplies Distractions Everyone's so on edge lately I don't know I don't know Maybe I'm just imagining it These dreams are starting to get to me Yeah, you're not the only one having strange dreams there, Ace You too? Oh yeah I mean, put yourself in my shoes You log out after you shift Eat some rehydrated meatloaf and buck down for the night But the second you fall asleep It feels like you're back at your desk and you hear the static again Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different It's a pattern You start decoding it It's gibberish, but the static keeps talking It wants you to hear the symbols Huh Yeah, don't worry about me, big guy They're just dreams Yeah, and then I wake up and there's scribbled notes around me Feels like I haven't slept at all Alright, I showed you mine Now, how are you doing? Dreams, nightmares, fantasies Your deepest, darkest feet I'm sorry I just pulled up to the office I'll have to get back to you on all that Eh, suit yourself The anticipation is killing me Okay Was is this here, so a kind of thing? Uhm, mine, or what? So a kind of mine I'll go back to 100% Psss I'll be right back to 99% Clack Okay The elevator is not working, someone must have borrowed a power cell The power cell for the elevator is missing 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 Have fun Oh, hey, you just got an update from Commander Wilcox The landing site preparations are underway Also, she told me to clean up my shit at the comms tower She didn't want to scare off the new recruits Ich mag Josie. Ok, ich sollte mich beeilen. Die Solarpanels sind definitiv desynchronisiert. Ich muss mit meinen Bio-Gage verbunden werden, um sie zu rotieren. Wenn ich schnell bin, kann es noch genug Stunden, um die Batterien zurückzukehren. Wo ist denn der Weg? Also es zeigt mir jetzt gar keinen Weg mehr an. Hä? Ist ein bisschen verwirrend. Egal, ich suche selber. Ist wohl besser so. Was sind denn jetzt meine Ziele? Energieversorgung wiederherstellen. Der Stromleitung finden, die Solarzellen optional ausrichten. Ok, dann richten wir mal die Solarzellen aus. So. Scannen. Ok. Verbinden. Nice. Ich weiß gar nicht, wohin ich sie richten soll. Ich glaube, ich achte mal auf... Die roten Lichter. Vielleicht werden die grün, wenn ich das Licht... Wenn ich hier richtig stehe. Niedrig. Überall niedrig. Aus. Ok. Niedrig. Ah, da geht die Energiekoeffizienz höher. Weiter. Weiter. Müsste ja doch jetzt gleich voll sein. Na, jetzt geht es wieder runter. Ah, warte mal. Vielleicht kann man noch... Ah, man kann noch hoch und runter. Auch noch. Naja. Ne, jetzt geht es wieder zurück. Ne. Es gibt es doch nicht. Schon schwierig. Jetzt. Optimal. Perfekt. Gut. Drücken. Äh. Drücken. Jawoll. Ähm. Was habe ich da schon gemacht? Hä? Hä? Kann ich diese Zelle nicht hier jetzt entnehmen? Warum nicht? Ist ein bisschen blöd. Noch 76... 66% Sauerstoff. Zelle mal kurz zu einer Sauerstoffanlage und mal kurz auffüllen. Naja, bis jetzt, äh, ist es mehr Survival als Horror, ne? Aber es kann ja noch alles kommen. Wir sind ja am Anfang. Aber die andere muss ich auch noch ausrichten, so wie es so aussieht. Hä? Das ist schon wieder. W- Schon wieder. Schon wieder. W- 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 Hier ist auch noch mal eins. Das ist ein bisschen zerstört hier alles. Das ist ein bisschen zerstört. Das ist das. Hallo, Shane. Ich habe eine Bio-Gage-Programm, so dass du das wenn Phobos ist. Es schlägt Mars drei Mal ein. Es ist notwendig, dass jeder die Programme downloaden. Ich habe es bereits auf die OS zu bestimmen. Ich bin sicher, dass du dich nicht vergessen hast. Äh, danke. Du bist willkommen. Ich denke, ich werde dir helfen. Okay. Da geht's... Wo geht's da lang? Ah, okay. Sackgasse. Kann ich eigentlich springen? Oha, ich kann ranzoomen, okay. Aber springen kann ich nicht. Zu harte, äh, Ding... Atmosphäre. Vermute ich einfach mal. War ich eigentlich hier oben schon? Nein, war ich nicht. Keine Ahnung, was da oben ist. Es scheint auch irgend so eine Apparatur zu sein. Eine Antenne oder sowas? Aber die hat auch keinen Strom. Ah, das ist ein Mist. Ja, und jetzt woher Energiezellen nehmen, ne? Naja, vielleicht unten in der Base. ... ... ... ... Schon gedacht, jetzt sterbe ich auch noch. ... ... Vielleicht sind hier Energiezellen drin. Nein. ... Nicht. Okay, ich brauche mal noch mal ein bisschen Sauerstoff. ... Schon gut gemacht, auf jeden Fall. So. Gehen wir mal runter. Okay, jetzt habe ich die Zelle entfernt, komm aber jetzt nicht mehr hoch. Das war jetzt dumm. Okay. ... ... ... Verbindung herstellen. Probieren wir's. Sehr gut. Maschinenstart, Test. Triebwerke sind kaputt. Okay. Na, dann wird das wohl nichts. Okay. Rein da. Alles klar. Es war zu früh. Oh, Junge. Ich habe vollkommen vergessen. Oh, Alter. Ich habe vor, Atmosphäre und Druck reinzumachen. Oh, Alter. So, jetzt. Beinahe, wäre ich erstickt. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich weiß nicht, ich dachte, dass ich jemanden gesehen habe. Ich sehe niemanden jetzt. Wir haben es einfach gemacht. Glücklich, dass ich eine ganze Power-Salle gebracht habe. Okay. Nett hier. Spielt jemand Schach die ganze Zeit? Sollen hier arbeiten und kein Schach spielen? Prüfer, Declan, Deleport. Nach 133 Zoll ist die Primärmission endlich ein Erfolg. Wir haben 36,8 Kilometer östlich von hier ein mögliches Wassereislager entdeckt. Die Crew der Chiron wird informiert, sobald sie in Reichweite ist. Untersuchungen laufen. Okay. Hey, Declan, warum nicht du mir dein Passwort geben willst? Ich werde nur deine Browsing-Historie sehen. Hardpass. Okay. Okay. Wasserflächen. Jüngste Aktivitätsprotokoll. Eigentlich will ich ja nur die Tür entriegeln. Hättet euch keinen Bock, jetzt hier im Computer alles vorzulesen. Ist sowieso nicht so interessant. Oh, das ist ja ein cooler Laptop. Na egal, ich muss hier rein. Oh wow, noch ein Kern. Cool. Nice. Was ist das, eine Dusche? Das ist Lukas Arbeitsraum. Ah, okay. Toilette. Aber da kann man dann auch wahrscheinlich ein paar Tage über Nacht... Obwohl, hier gibt es keine Küche oder sowas. Das ist, glaube ich, einfach nur... ...zum chillen. So, mein Helm wieder auf. Druck. Achso. Na egal. Ich hab doch 99. Na egal. Gut. Und auf. Ich bin. Ich bin. Was ist die Situation an der Solar Sight? Panels sind wieder ausgeliefert. Bis zum Cyreno kommen, ich habe keine Karten zu testen. Ich kann nicht den Problemen auf 100%. Alright, so wie du wissen, was es sich nicht mehr so verändern, und ich habe vier Orochi-Execs auf meinem Schraub. Oh, Hidus dabei ja. Ganz schön rumschimpfen. Die gute Josephine. Okay. Dann, die letzten Solarzellen in Stellung bringen. So. Ähm. Ja, ich kann die auch kurz so machen. 100. Perfekt. Was ist jetzt noch mein Ziel? Stromleitung aktivieren, um Energieversorgung der Basis wiederherzustellen. Stromleitung aktivieren. Wo soll das sein? Oben? Achso, da oben. Aber das bedeutet, ich brauche noch eine Batterie, weil ich habe keine mehr. Gibt es einen anderen Weg nach oben noch? Dann kann ich die Batterie von da unten mitnehmen. Okay. Gucken wir mal. Was kommst du morgen? Meinst du, ob ich morgen online komme? Nö. Morgen kein Stream. Deswegen heute Halloween-Stream. Aber es ist ja Open-End. Steht ja dran. Ich weiß nur nicht. Also, vielleicht spiele ich das Spiel jetzt heute noch durch und dann ist gut. Aua. Vielleicht komme ich irgendwie so rüber. Ich glaube zwar nicht, aber... Probiere, geht über, studiere. Nein. Kommt nicht anders hoch als mit dem Fahrstuhl. Leiter oder so. Was? Okay, dann machen wir am Montag bitte den House of Ashes. Nein, ich warte noch. Ich weiß noch nicht mal, ob ich... Also, Montag... Montag vielleicht nochmal mit Mel das Horrorspiel. Wir sind ja bei Sound of Mainz noch nicht durch. Verdammt, Alter. Wieso kommt man da nicht anders wieder hoch? Kein Strom. Ich versuche das nochmal reinzustecken. Aber ich glaube, es funktioniert noch immer nicht. Ne, Triebwerk. Alles. Ne. Das Triebwerk ist einfach kaputt. Ja, ich meine ja am Montag. Achso, du meinst, ob ich Sonntag komme? Ne, aber Ding. Achso, weil heute schon Sonntag ist. Ja. Ne, ich glaube schon, dass er Sonntag gemeint hat. Aber irgendwie, ähm... Er schließt sich mir jetzt nicht, wo er echt die andere Zelle holen soll. Scheiße. Ja, Mel guckt da zu. Das stimmt schon. Aber es geht jetzt nicht darum. Es geht darum, dass die PC-Version noch mit Bugs zu kämpfen hat und ich noch ein paar Updates einfach abwarten will. Ich will das Spiel genießen und mich nicht wiederum ärgern. Scheiße, ich brauche noch eins. Ich habe einfach... und ich weiß nicht, ob das ein neues Konzert ist. Hm. Es sollte ein paar Widerschleife auf einer der Seite sein. Ach so, also doch. So. Sicherheitsschalter. Sicherheitsschalter. Wo? Genau. Hier. So. Ich dachte, ich bräuchte jetzt auch noch mal so eine Zelle für das Ding. Hab ich wohl falsch interpretiert. Nice. Ja, du weißt ja nicht, ob die jetzt die PS4, PS5-Version gespielt haben oder die PC-Version. Also, ich hab schon mitbekommen, dass die PC-Version einige Bugs hat wieder. Und ich hatte bei Little Hope das letzte Mal auch voll die Probleme. Und ich will einfach warten. Ich hab doch Zeit, Jutsu. Ich hab alle Zeit der Welt, das Spiel noch zu spielen. Ich muss nicht gleich alles von Anfang an, nicht gleich alles spielen, wenn es rauskommt. Muss ich nicht. Ich hab auch Guardians of the Galaxy gekauft. Und auch dieses Spiel. Warte ich ab. So. Zurück zur Base also. Mit dem Weg runter. Kann doch noch ein paar Patches abwarten und dann können wir es spielen. Also, jetzt erstmal wieder zurück. Ich hab einfach keine Lust, mich wieder zu ärgern. Nein, mit Mel zusammen spiele ich das Spiel nicht. Ich hab die anderen auch alleine gespielt. Mel will da nicht, aber die guckt da... Die guckt eher zu. Von seinem PC aus. Das ist ja auch jetzt nicht so gruselig, finde ich. Let's go. Ich fand die letzten Teile schon nicht so gruselig. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Part of it was a memory from when I was a kid. Weird. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big-shot theoretical mathematician. Oh, yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read Engineering Dimensions in grad school. All I know is the day after my birthday, I went downstairs for breakfast and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So I went down. There was a, like a... Well, she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. So. Wieder Luft rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gar kein Horrorspiel. Aber es ist unter Horror aufgeführt. It feels like I'm back in therapy. Well, no better place to tackle your problems than from 130 million miles away, right? Ja, okay. Das ist richtig. Ich dachte gerade, ich laufe falsch. Aber nein. Naja, vielleicht kommt es noch. Am Anfang war ja schon so ein bisschen Horror-Stimmung drin. Das baut sich halt wahrscheinlich langsam auf. So. Atmosphäre-Druck. Sehr gut. Helm aus. Und dann gehen wir mal rein. Das Grün... Das Grünhaus ist überflutet. Wie ist das denn bitte passiert? Declan, das Grünhaus ist definitiv in einem sorry-State. Das muss man festhalten werden, bevor die Cyrano landet. Well, das große Problem ist das Wasser-Reklamour. Ich lebe es aus. Work your magic. Oh. Was ist denn hier passiert? Hä? Ja, defekt. Defekt ist gut. Das Ding ist kaputt. Geh mal hoch. Aber was hat die... Wo kommt denn Wasser von? Oh. Vielen Dank, Schulti. Vielen lieben Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Okay. Treuer Zuschauer. Das freut mich. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine... Halt... Wie eine To-Do-Liste. Das ist eine To-Do-Liste. Ja, ja, nein. Ja, 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 nein. Schnell. Wachstum, kein Wachstum. Okay. Okay. Jetzt bin ich hier unten. Was ist denn hier passiert jetzt? Ist irgendwas umgefallen? Also... Hm. Okay. Tagebuch? Tagebuch. Arbeit an unseren Gänse... Gänse-pleasing-Projekt hat begonnen. Meine Aufgabe hier in... Dauerlicherweise sehr umfassend. Aber wo war dieses Portokoll? Ist unwichtig irgendwie. Warte mal. Sind das vielleicht außerirdische Dinge hier? Ja. Okay. Irgendwas stimmt mit den Pflanzen auf jeden Fall nicht. Okay. Wow. Was ist denn hier los? Ach so. Ah, okay. Jetzt habe ich das nur geöffnet. Denk grad. Ich bin der einzige Mensch auf dem Mars. So wie es aussieht schon, ne? Weil... Die Reden mit einem sind aber irgendwie nie da. Wo sind die? Wo sind die alle hin? Ähm... Wo muss ich denn hin? Ist irgendwie das Wasser ablassen. Aber wo? Erste Hilfe. Ich habe gedacht am Computer. Aber am Computer geht gar nichts. Hier vielleicht? Nö. Die Frage ist, ob ich da rein muss. Probieren wir mal hier. Es sieht aus, dass es ein höheres Sicherheitslevel braucht. Äh, Ina? Was ist das? Die Tür zum Untergrund-Axzess ist lockt. Ich habe Dr. Van Buren geholfen, alle Türkei zu kritischen Projekte zu locken. Das ist die Kombination meiner ganzen Lebensarbeit. Wir wollen keine Kontamination. Ich kann es nicht fixieren, wenn ich nicht zu den Pumps kommen kann. Das ist eine Inkonvenz. Du bist die Inkonvenz. Füge es aus. Das ist dein Job, ja? So eine Beißzange. Warte mal, vielleicht kann ich jetzt irgendwas umschreiben oder so. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Hm. Das ist nicht mein Problem. Ja, nicht mein Problem. Weil hier liegt auch keine Karte oder so. Vielleicht habe ich vorher was übersehen. Mal gucken. Aber eigentlich springt dir das ja gleich ins Gesicht, was du aktivieren kannst und was nicht. Kann ich springen. Ah, warte mal. Ah. Schau an. Dann gehe ich mal die Leiter nach oben. Ich finde diese Tätowierung so komisch. Oder diese Narbe. Die wirkt wie das Unendlich-Zeichen. Aha. Sehr gut. Was haben wir hier? Und her damit. Das können wir gut gebaut. Das sind die Wassertanks. Ah ja. Zack. Und... Danke. Und... Danke. sind wir unten aber wo können wir jetzt das wasser ausschalten naja jetzt sind wir hinten jetzt sind wir in der tür in die tür reingekommen schon wieder komm ich nicht durch ich sollte den plumber was zu gut Gut. Oh, oh. Ja. Ja. Was ist das wohl? Ein Alien. Ist wieder ein Lüftungsschacht. Man kriecht immer so gerne durch Lüftungsschächte. In Horrorspielen. In Stealth-Spielen. Scheiße. Da. Die Pflanze. Ach ne, springen geht nicht. Können wir das ausmachen? Ne. Shit. Okay. Okay. Oh, nun? Ah. Uh, what is that? What is that? Das könnte durchkommen. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Sehr schön. Was? Ihr plätschert doch irgendwas. Oh, scheiße. Das ist, uh... Ena, die gesamte mangrove-rückstrukturen ist entzündet. Es gibt eine viscose, schweine, wie Öl. Es scheint, wie es entzündet. It is not contaminated. It is changing, evolving. It's beautiful. It is rebooted. This doesn't look right. Constant Interruptions. I do not have time to explain myself to you. Okay. Finally, Wasseraufbereitungsanlage. Aber auch hier sind diese... Jesus, this can't be Lucas again. Ah. He just takes this stuff apart. Now I have to find where he put three waterreclaimers pieces. Of course he leaves his ID. At least he has a higher clearance level. Mitnehmen. Sehr gut. While Lucas, I'm going to need to borrow this for a bit. But you should be able to open these doors now. Wasseraufbereitungsanlage offline. Kann ich die jetzt irgendwie einschalten? Nee, am Computer nicht. Aha. Mir fehlt was. Kerne fehlen mir. Na toll. Und ich bin wieder draußen. ala afterwards. Fertig? Okay. Was ist denn mit der? Alter Ekelhaft Richtig ekelhaft Irgendwelche Pflanzen Und schwarze Wurzeln Wo zur Hölle? Mal ganz ehrlich Diese Basen Die sind so riesig Gibt es hier noch was? Hier liegt einfach Ein Mantel auf dem Boden Wo sind die alle? Schon seltsam Dass keiner mehr von denen da ist Auch ein Mantel auf dem Boden Wie riesig ist denn das hier? Noch mehr Pflanzen Das ist echt verdammt riesig Aha Und verbinden Okay Ich hab keine Ahnung Was ist das denn? 50 Grad Hä? Was ist das denn? Muss ich wahrscheinlich nach oben Oh wow Wir werden uns Fliegenfalle Die einfach mal Riesig ist Aha Das ist der erste Oh Was? Ich hab keine Ahnung Ich pack's erstmal ein Das war einer Ich brauch vier Stück Okay Ah Da kann ich das Wasser abstellen Okay Wasser Abgestellt Jesus Was? Ganz schön tief da unten Keine Ahnung Da ist die andere Sprenkelanlage Und Zack Sehr gut Jetzt muss ich noch die Komponenten alle finden Das Wasser ist schon mal abgestellt Irgendwie da runter Da ist noch ein gelbes Ah es muss noch mehr geben Wasseraufbereitungsanlage Was soll denn das? Woah 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 Ach du Scheiße Okay 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 Irgendwas ist aus diesem Käfig rausgekommen Was war da drin Ein Hund oder so Ähm Ja Das werden wir wohl Herausfinden müssen Okay Haben wir keine Waffen? War ich da oben schon? Ja Ich brauch das gelbe Wie komm ich da rüber? Was noch auf die andere Seite Wie kommt man da runter? Nein Von da aus auf jeden Fall nicht Wie komm ich da rüber? Sag mal Warte mal Ich weiß Okay Springen ist nicht drin Gibt's ja nicht Achso Vielleicht geht's ja auch noch Ah Ah Okay Okay Was war das? Okay. Und jetzt hier runter. Und das letzte, oder? Ja. Okay. So, dann wieder zurück. Was ist das? Was ist das? Man schmeißt von da oben einfach Sachen runter, was soll das? Ich glaube, die Pflanzen, die tun alles so... Okay, die tun so alles so ein bisschen, ja, verändern. Lebensformen, Pflanzen, irgendwas ist das, irgendwas Außerirdisches. Ähm... Wie komme ich jetzt wieder zurück? Das... Ah, hier. Was ist jetzt wieder zurück? Okay, wo war das? Das war, glaube ich, nicht hier. Ja. Ja. Ja, genau. Wasseraufbereitungsanlage, da ist sie doch. Sehr gut. Okay, jetzt muss ich nur rausfinden. Das ist blau, aber wie viel braucht blau? Das steht da nicht dran. 100? 200? Äh, 70? 100? Oder 33? Ich lass mal bei 70. Jetzt steht das ja irgendwo. So. Das steht bestimmt im Computer. Ähm... Ich habe die Wasseraufbereitungszellen im Rahmen einer aktuellen Reihe von Experimenten in anderen Bereichen des Treibhauses verlagert, da sich die Ersatzteile noch... Produktion... Äh, äh, äh... Scheiße, da steht nichts. Ah, hier. Hier ist es. Wasserpumpe 1. Filterresistenz... ...Diagnose... 98%. Ja, das bleibt bei 90. Das sollte auf 100... Nein! Ah, egal. Und das hier sollte auf 120. Nein. Perfekt. Ach so. Suche läuft. Let's go. Okay, 120 ist zu viel. 80 passt. Der Rest passt ja. 120 ist nicht zu viel. Dann vielleicht... Warte. Mist. Dann doch 50. Perfekt. Ich hab's. Nice. Auf geht's zum Umweltsystem. Da ist es. Und... Zack. Wow. Wow. Was zur Hölle? Was ist das? Shit. Was? Wohin? Wohin? Oh mein Gott. Da lang. Oh shit. Alter. Alter. Da. Ah. Oh shit. Oh shit. Shit. Los, 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 los. Oh shit. Dankeschön. Okay. Cool bleiben, cool bleiben. Hier hoch. Was ist das für ein Viech? Alter, diese Wurzeln. Oh, wow. Oh. 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 Nein. Oh Gott. Schneller. Das ist einfach hier drin. Alter, wie gruselig. Alter. Okay. Wie komme ich denn hier raus? Oh mein Gott, Alter. Da. Nein. Scheiße. Wo lang? Ach doch, doch. Oh Gott. Wohin? Scheiße. Mach die Tür auf. Mach die Tür zu. Oh. There's a horrible creature in the Greenhouse. It tried to kill me. Do not return to base. Does anyone read me? Ina, Lucas, Commander Wilcox. Ich muss sie bemerken. Okay. Schnell. Nochmal aufladen. Okay. Und raus. Wenn ich zu Declan in der Satellitstation kommen kann, können wir versuchen, die Kommunikation zu erstellen. Türe zu. Scheiß drauf. Diesmal nicht Helm ausziehen. Let's go. Und los geht's. Oh Mann. Ja, ein bisschen Horror war jetzt da. Jetzt kommt der Horror. Na ja, mal schauen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ne, ich bin woanders. Kommunikationsanlage bin ich jetzt. Okay. Was ist zur Hölle? Ja, genau. Hier stimmt irgendwas nicht. Woher ging alles? Ich kann gehen. Okay. Wollen wir das Licht an hier? Sieht es aus mit dem Sauerstoff? Hölle des Wahnsinns. Oh mein Gott. Oh. Warum ist es glücklich? Scheiße. Was ist denn jetzt los, bitte? Da ist dieses Unendlich-Zeichen. Schmerzen, 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 Schmerzen. Was ist denn hier los, bitte? Verliere ich, wo ist eigentlich mein Helm? Was ist denn hier los? Sieht es aus? Voll aufgeladen Boah, was ist das? Was ist denn das, bitte? Es haut ab, es hat Angst Wo bin ich? Für Schlaf ist kein Platz Wer wird die schrecklichen Wunder begreifen, die in meinem Geheimlabor entstanden? Werden mich jene, die schlafen belohnen? Ich habe keine Lust mehr zu lesen Ich will weiter Irgendwas Geh weg Was auch immer du bist Geh einfach weg Okay Das ist das, was ich gesucht habe Hier ist einfach Okay Meine Hände sind voll Achso Ich kann also es nicht in meine Tasche tun, oder? Ich kann sonst alles in meine Tasche tun Und das geht jetzt nicht Na gut Oh Zurück Ich habe die Kugel Platzieren So Und Fokus Ah Nein Verschwinde Hau ab Hau ab Jetzt kannst du dir wahrscheinlich da reinlegen Zack Es funktioniert Es funktioniert Es ist der Weg Ah Okay Macht gar keinen Sinn Wo bin ich? Für Schlaf ist kein Platz Okay Ich habe die Kugel Wer hier war, war zu versuchen, ein Experiment zu versuchen. Ok. Experimente. Wo führt dieses Kabel wohl hin? Wieder dieses komische Gewächs hier. Aber es sieht aus wie ein Haus hier, also irgendwie ist das echt seltsam alles. Hau ab! Haut ab! Was soll denn das dauernd? Scheiße! Verdammt ist zu! Kann ich hier durch die Tür? Fokus. Okay. Aber hier fehlt die Kugel. Scheiße! Ich hätte die andere Kugel wieder mitnehmen müssen, oder was? Es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass er mit seinen Händen das so machen kann. So, das gibt es doch nicht. Da ist die andere Kugel. Okay. Okay. Ballere ich die mal rein? Klack! Nein, ich muss erst aufladen. Aber wo lade ich sie auf? wieder oben? Ja, aber das Geschwür... Aua! Flucht. Das Geschwür hat oben wieder zugemacht. Das ist ein Bett, was einfach... Warte mal. Wo ist meine Lampe? Scheiße! Ich habe keine Lampe mehr. Da geht es nicht weiter. Was mache ich mit der Kugel bloß? Ah doch! Geht! Warum ging das vorher nicht? Ja, weil... Jetzt ist es offen. What the fuck? Stürzt mir jetzt noch die Höhle ein, oder was? Okay. Nein. Ich glaube, ich muss hier hoch. Oh. Oh, nicht schon wieder du. Fokus! Danke. Okay. Verschwinde! Okay. Und rein. Oh! Was war das? Alter! Schnell bevor er nochmal rauskommt! Junge, 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 Junge! Oh! Ah! Wow! Whoa, wow, wow, wow! Ah, ich bin noch nicht... Oh ich muss unter, ich muss... muchos los! Das darf ich auf der Stelle stehen! Sonst kommen gleich diese komischen Tentakeln. Gott, da kommt der Schampi da. Schneller. Okay. Zack. Gut. Aber was, was, was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Kann ich den jetzt nicht rausnehmen, den Ball? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Da. Geht weg. Verflucht nochmal. Versteh's nicht. Bringt mich nicht weiter. Ach, da oben. Okay. Ist das denn hinter der Tür? Ja. Ich kann... Nee. Funktioniert irgendwie nicht. Ich muss diese Kugel aufladen. Ah. Okay. So. Und nun? Wird's jetzt aufgeladen? Nicht wirklich. Warum nicht? Hä? Aber beide sind doch aktiv. Verdammt, hab ich hier oben eins vergessen? Ah, okay. Okay. Jetzt aber. Shit. Shit, 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 shit. Lass mich weiter. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Oh, oh. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Nix gibt's. Oh, Alter. Mach's gut. Scheiße. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Was ist denn das bitte? Für eine Horrorhöhle. Also ich hör niemanden mehr. Meiner ganzen Crew. Keiner mehr ist. Am antworten. Warum bewege ich mich so langsam? Verdammt. Bin ich noch am Schleichen oder was? Oh. 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 vino. Ja. VielBeta. Was, 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 was? Voll die Hexe. Gemiedener Keller. Hä, was? Bin ich jetzt in einem Keller? Das ist das Haus seiner Kindheit. Die haben so einen Keller gehabt, oder was? Sieht, wie etwas hier ist. Oh. Ah, toll. Was? Nein, das ist blöd. Hat er. Was ist denn da draußen, sag mal. Hä? Ja, und warum habe ich ein Foto davon? Okay. Hä? 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 Was, 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 was? Nein, oder? Da ist wieder so ein Affe. Sag mal, warum muss in jedem Horrorspiel so ein komischer Affe sein? Hä? Der Zeitstempel könnte nützlich sein. Warum ist denn der Zeitstempel so nützlich? Zeit ist nicht linear, oder doch? Vielleicht ist Zeit ja eine von riesigen Fingern angestupste Petrischale und wir sind die Bakterien. Sind wir das? Ich sehe weiterer Dinge außerhalb meiner Zeit. Okay. Das ist ein bisschen unwichtig. Schauen. Warum kann man denn immer wieder aufschütteln? So. Egal. Hauptsache. Er macht ein bisschen Klingelingeling. Periodensystem. Eine. Nimm doch die Taschenlampe mit. Ah, gut. Warum solltest du auch eine Taschenlampe mitnehmen? Zack. Oh. Was ist das? Eine Art Einkel. Nein, nimm's doch mit, du Idiot. Okay. Bestimmt hier drin. Was ist das? Irgendwelche Blätter. Was? Erinnerung. Kohlenstoff. Aha. Genau wie beim zweiten Periodentabelle in der Waschküche. Atomstruktur mit BD. Abgleich. Ich glaube, das wird noch wichtig sein. Das wird sicherlich noch wichtig sein, oder? Ich speichere das mal. So. Ich fote. Carbon, Beryllium, Helium. Was ist jetzt geöffnet, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ah, das ist der Code. Der Code, oder? 1, 2, 3, 3. Genau wie beim zweiten. Was? Aber ich soll drei, vier. Ist das vier? Vier, fünf, eins, sechs. Das sind sechs. Eins. Zwei. 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 Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Also gut. Periodensystem. In der Waschküche. Hier. Eine Note auf der Büchküche hatte eine Liste von Elementen. Okay. Also. Kohlenstoff. Kohlenstoff ist gleich C. C ist vierzehn. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Ah. Die römische Zahl ist da. Wo ist denn? Habe ich nichts zum Schreiben hier? Das ist eine römische Zahl. Was denn? Weiter oben. Schreibt der noch? Ja. Also. C. C ist gleich. Ist das auch C? C ist gleich. Kohlenstoff. I und V ist doch die sechs. Also sechs. Dann B, E. B, E ist zwei. B, E ist die zwei. Ich hoffe mal, dass das stimmt. H, E. Helium. H, E ist wiederum die acht. H, E ist die acht. H, E, E ist wiederum die acht. Genau wie beim zweiten. B, E also nochmal. Aber das kann ja nicht sein. Stimmt doch irgendwas nicht. Wo ist die fünfe? So kann ich die bücher doch gar nicht ziehen. So kann ich die bücher doch gar nicht ziehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das war falsch. Es gibt auch zwei Einsen. Hä? 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 irgendwie komme ich nicht dahinter wie das jetzt echt gemeint ist atomstruktur mit bd abgleichen wie liest man denn noch mal so ein perioden system mit bd abgleichen wo ist denn bd das ist überhaupt bd ach so da steht es ja sogar c b e oder schützt doch b e h e b e ok und das jetzt mit dem abgleich was abgleich mit bd abgleich sind bd und wie gleicht man das ab hat eine idee ein bisschen stehe auf dem schlauch perioden system es ist wirklich bd mit bd abgleich vd oder vd vd nicht bd englisch vd sehe ich auch nirgends v sich valium 6424 wie bist du jetzt bitte auf diese zahl gekommen 62 hatte ich ja schon aber wie nochmal auf zwei weil helium ist eine 8 und wie kommst du da auf 2 4 und wie kommst du auf die 4 das ist was war das 4 war genau wie das zweite ok das ist dann die 2 aber wie bist du auf 4 gekommen weil 4 ist doch helium ach weil da eine 4 drin ist aber hier ist keine 2 drin naja gut ich probier's mal die 6 die zahlen die über den buchstaben stehen ja aber 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 ich weiß trotzdem nicht wo du 4 hast die 4 bei helium bei helium steht 8 und keine 4 6 4 wo ist die 4 hier ist die 4 ach scheiße jetzt muss ich nochmal ne 6 4 wo ist die 2 2 2 4 wo ist die 2 2 2 4 Na ganz sicher nicht. Ich erinnere mich als ein Exzentriker zu sein, aber... nicht so wie das. Huh, keine schlussenden Symbols auf diesen Tabletten. Das Buch. Ich weiß das Buch. Die Mutter war sehr schlussend. Das Buch. Das Buch. Und den Cthulhu Mythos, wenn ich da so einen Cthulhu Kopf schon wieder sehe. Träume während der... Ruth und Kripp. Okay. Ja, die Tabelle. Jetzt warte mal. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu der Tabelle. Ich will mir jetzt echt nochmal angucken. Was ist das? Was? Was denn? Oh, da kann er sich nicht angucken. Er kann sich gar nichts angucken. Hä? Was zur Hölle ist denn hier los? Und wieso ist hier eine 4? Mir fehlt noch ein... Bild. Ah, da ist es ja. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich die ganzen Fotos auch noch da anbringen oder was? Egal. Ich habe es auf der Tabelle nicht gesehen, aber gut. Also was könnte die 1 sein? Die 1 könnte... Das hier sein. Es ist die Cyrano... 48, 15. Sind das... Leute, die aus dem Schiff fliegen? 58. Es gibt Raum auf der Pinnbord für mehr Fotos. Ich muss einen mehr sorgenden Blick aufnehmen. Nein, das war doch okay. Ähm... Die 2 ist 8.55 Uhr. Von der Zahl... Von der Zahl... Oh, geht denn das nicht? Okay. Die 3... Müsste das sein. Es sieht aus wie ein irgendeinem Tür. Aber mir fehlt eins. Nein. Die 4. Aber es fehlt die 5. Ein Paar Orbs. Weird. Ha! Selbst aus dieser Fotos fühlt es, wie sie mich sehen. Was ist die 4? Die 5? Guck ich die 5, ja. Hab ich das schon gelesen? Auf dem Mars gibt es kein Sonnenfinsternis... Oh, Wasser... Wo könnte das andere Foto sein? So... Hab ich das irgendwo liegen lassen? Ich brauche... Irgendwo habe ich noch ein Foto... Da ist es ja. Ich weiß nicht, was ich hier schaue. Oh, warte mal. Hm... Hm... Nee, dann kommt das weg. Und bei 4 kommt dann 12 Uhr 57. Ja, genau. Zack. Und das letzte ist das hier. Jawoll. Jetzt stimmt's. Okay. Was zur Hölle? Und wie mache ich die anderen? Muss ich hier noch irgendwas machen? Scheint nicht so... Warte mal... Was ist mit diesen Zeichen, die ich überall gesehen habe? Ich weiß nicht, ob die... Die taten mir zwar weh, aber... Was? Diese Symbole sind am Altar? Eine der Tabletten hat angefangen, als ich am Altar nahe war. Achso, ich muss die nur finden und angucken. Okay. Okay. Ah, da ist auch einer. Wie viele Symbole sind denn das? Jetzt nochmal, jetzt bin ich bei dem Periodensystem, ja? Aber... Helium... Hat keine 4... Doch, unten hat es eine 4. Ja, okay. Oh Gott. Was ist der blöde Affe wieder? Könnte denn noch als so ein Buchstabe sein? Nein. Nein. Nein, da ist auch keiner. Da? Nee. Auch nicht. Okay. Helium ist die 2. Ja, aber da steht doch eine 8. Ah, ist doch auch egal, Schulti. Passt schon. Eine der Tabletten hat angefangen, als ich am Altar nahe war. Mist. Wo? Hier ist noch irgendwo eins, aber wo? Oh. Ah, da. Okay, cool. Und jetzt... Zack. Gokaha. Und das Buch ist frei. Doch. Okay, weil ich das Buch angefasst habe, habe ich diese Male gekriegt auf der Hand. Verstehe. Sabotiertes Signal. Oh, das war jetzt alles nur ein Traum. Ich war nicht mal in der Höhle drin, oder was? Okay. Oh, okay. Was ist das denn? 7, 3, 5 T-Tage? Gehen wir mal weiter. Mist. Ich brauche wieder so einen... ...so einen Kern, aber woher? Aus meinem Fahrzeug vielleicht? Nein, oder? Kann ich das aus meinem Fahrzeug rausholen? Ich brauche da irgendwie durch. Ich brauche da irgendwie durch. Ja, kein Strom. Das dachte ich mir. Mist. Machen wir da rein. Vielleicht habe ich es übersehen. Vielleicht liegt da eins. Und am Tisch auch nichts. Verdammt. Hallo? Navigieren. Ohne Strom? Äh... Keine Chance zu navigieren. Aber in diese Richtung gibt es nichts. Muss ich vielleicht zurückfahren? Oder gibt es drinnen in meinem Auto... ...so eine Zelle? Ich brauche das mal zu. Nein, ich wollte die Tür... Micky unterstrich spendet 100 Bits. Vielen Dank, Micky. Nein. Scheiße. Ich habe gedacht, ich wäre vielleicht hier irgendwo drin. Kann ich auch wieder zurück. Ich bin nicht bereit hier. Okay. Nein. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich diese... ...diese Energiezelle draußen... ...äh... ...ding... ...noch mitbringen. Oh, wahrscheinlich nicht so der Fall zu sein. Also laufen wir mal in diese Richtung, wo die Lichter sind. Vielleicht finde ich da noch irgendwo so eine Energiezelle. Hier ist auch so ein Container. Ich entferne mich. Ich folge einfach mal den Lichtern. Mist. Das bringt mich nicht weiter. Mist. Verdammt. 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 Ich habe das noch nicht aktiviert. Hallo. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich muss doch auch so eine blöde Batterie haben. Wenn ja, wo? Vielleicht brauche ich auch gar keine. Mal wieder. Warte mal. Kann man ja aber nirgends weiter. Ah. Ich brauche einen Code. Ah. Warte. Der Code war... 7354. 7... ... Drei, fünf, vier. Nicht? Hä? Sieht doch genau so aus. New Password. Sieben, drei, fünf, vier. Habe ich das nicht gerade eingegeben? Sieben, drei, fünf, vier. Sieben. Drei, fünf, vier. Geht nicht. Vier, fünf, drei, sieben. Geht nicht. Verdammt. Irgendwie Falle, das Spiel, ich finde es ganz cool, das Spiel. Ein bisschen Horror, ein bisschen Rätsel. Vielleicht ist es doch keine vier, sondern eine neun. Sieben, drei, fünf, neun. Mist. Sieben, drei, fünf, acht. Das gibt es doch einfach nicht. Sieben, drei, fünf. Sieben, drei, fünf, sieben. Ja, das wollte ich auch gerade machen. Oh, Jesus. Was zur Hölle. Oh, das ist verrückt. Wer würde das denn alles schreiben? Okay. Ich habe, was ich brauche. Aber ich gehe erst noch mal kurz Sauerstoff holen. Bin nur noch bei 60 Prozent. Alles klar. Zack. Rein mit dem Schlauch. Gut. Okay. Okay. Zack. Test. Nice. Geschafft. Okay, dann nichts wie hoch. Ich glaube, da ist niemand mehr. Vielen Dank, Mickey. Was? Was ist das mit dem Elevator? Ist leer. Dein Ernst? Scheiße. Ist wohl laufen. Okay, ich bin oben. Was ist das für komische Steinskulptur? Okay, eine Steinskulptur. Okay, eine Steinskulptur ist gut. Das, aber... Declan ist entweder wirklich fasziniert oder jemand... Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass er zu viel Zeit auf seinen Händen hat. Ja, ne? Das ist natürlich sehr seltsam, diese Steinhaufen. Okay, tut nicht mehr. Tut gar nicht mehr, der Aufzug. Okay, gehen wir weiter nach oben. Oh, scheiße. Ach, da geht's auch noch lang. Hopp. 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 Okay. Bin fast da. Wieder solche Steinhaufen. Seltsam. Okay. Gehen wir mal rein. Atmosphäre und Druck. So. Nice. Declan, hast du hier? Declan! Es ist leer? Declan! Verrückte Schriften. Selbst auf dem Klo hat er. Scheiße, das ist schlecht. Ich bin sorry, Declan. Ich wusste nicht, wie schlecht es war. Er kann nicht allein hier mehr bleiben. Er braucht Hilfe. Kann man umblättern? Schließen. Lesen nur. Schade. Kann man es mitnehmen? Warte, das habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube nicht. Nee. Kann man nicht. Aber wieso ist da Blut auf dem Tisch? Und hier hat er einfach Solitaire gespielt. Alter. Dieses Ort. Das zeigt, dass er richtig war. Jesus, ich wusste nicht, dass er so war. Wie ist er so? Ich glaube, so langsam, du bist ganz alleine auf dem Mars. Deine ganzen Kollegen sind tot. So, gleich mal rein damit. Nochmal auftanken. Und Atmosphäre. Wieder raus. Okay. Wahrscheinlich muss ich... Ja, genau. Der Fahrstuhl hat keine Batteriezelle. Und rein damit. Schön Stealthy. Was? Ich doch... Bei dem Spiel... Ja, bis jetzt... Vorher musste ich ein bisschen starven. Nur und nicht runtergucken. Was? Was? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, bitte, nur ein Meteor. Oh mein Gott. Ah, Sternenschnuppen sind das bestimmt nicht gewesen. Okay. Hallo? Niemand da. Ah, ja klar. Ist die geladen? Mal gucken. Hier. Rein damit. Ja, sie ist geladen. Ja, sie ist geladen. Und verbinden. Ach so. Oh, okay. Okay. Oha, scheiße, das ist schon richtig, muss ich, das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Oha, okay, das ist kein Plan, ne, da komme ich nicht durch, das kann man nicht drehen und da komme ich auch nicht durch, da komme ich auch nicht durch. Scheiße, das ist gar nicht so einfach, also so, so, so. Oha, that's it, geschafft. Okay, das war Nummer 1, kommen wir zur Nummer 2. Ja, das war's doch schon. Sehr gut, hab ich auch, gibt's noch eins? Ja, natürlich gibt's noch eins. Hä? Achso. Nö, das war's. Oder? Hä? Nö, das passt. Oh, 2? Scheiße. Wie geht denn das? Wie soll das denn gehen? Ja, das geht auch gar nicht. Ah, willst du das gehen? Ich blick's nicht. Ist auf jeden Fall so. Achso, ich soll einfach das andere trennen. Okay. Nee, oder? Nee, da gibt's noch eins. Ah, jetzt muss ich das hier machen. Achso, eins, zwei, fünf. Jo, was geht, Micky? Vielen Dank für dein GIF. Vielen lieben Dank für deinen Support. Sorry, dass diese GIF-Alerts nicht gehen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich hab schon hundertmal danach geguckt. Klappt irgendwie nicht. Voll schade. Ah, ich muss neun zusammen kriegen. Oh mein Gott, das wird jetzt auch drei. Ähm... Also, drei plus zwei sind fünf plus zwei sind sieben. Ich brauch ne eins noch. Hä, warum geht denn das nicht? Plus eins, plus zwei, plus drei... Plus drei... Nein, scheiße. 4, ah es sind 10, scheiße. Ne, es sind mehr, ne. Es sind 10. Naja, es macht keinen Sinn. 3, 5, 8... Nein! Fuck! Ah, ja. Wieso kann ich das nicht drehen? Scheiße. Also gut, das geht auch nicht. Das geht. Das geht nicht. 3, 6, 7, 8... Verdammt, schon wieder nur 8. 2, 4... Scheiße. Noch 5? Und 2 und 2 sind 9. Hä? Ach, ich gehe gleich aus einer 3 raus, oder wie? Ach so, ich... Oder... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2... Es sind 9. Warum geht's nicht? Es sind 9. Warum geht's nicht? Es sind doch 9. Nein! Oder bin ich so müde, dass ich es jetzt nicht peile? Aber wahrscheinlich gehe ich tatsächlich schon mit 3 raus. Also brauche ich keine 3. Das ist ja dumm. Ja, ich gehe... Ja, das sind schon 3, ne? Jetzt kann man das doch drehen. Ist ja auch seltsam. Na ja, man geht am Anfang schon mit 3 raus. Das habe ich nicht gedacht. Daran habe ich nicht gedacht. Dann sind es 4, 5... Geschafft. Was? Die Dinge werden immer schlimmer werden. Okay. Das Knochen ist gefordert. Aber ich weiß nicht, wie es zu operieren. Ich hoffe, Declan hat das Handeln. Sehr gut. Alles klar. Kalibrierung erforderlich. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Äh... Hä? Okay. Okay. Also. Scheiße, es war jetzt zu weit. Es hat nicht aufgepasst. Was? Hallo? Hallo? 50% Mist 75% Probieren wir es nochmal mit 75% Keine Chance 77% Verdammt Vielleicht gibt es noch einen anderen Punkt Aber ich glaube nicht Jetzt bin ich gleich bei 0 Ne Jetzt komme ich gleich wieder zu dem Stand wo ich vorher war Hier finde ich auch was 77% Komisch Komisch Ähm Verbinden Verbinden Vielleicht geht es ja Scheiße Scheiße Das kann doch nicht sein Ich bin doch schon fast Es geht halt immer wieder runter Wenn wir jetzt ganz unten und drehen Mal nochmal Vielleicht gibt es doch noch eine andere Frequenz Frequenz Es gibt keine andere Frequenz Ich bin bitte Es gibt keine andere Die Bist Drei Gibt's doch einfach nicht. Gibt's doch einfach nicht. Gibt's doch einfach nicht, Alter. Was ist denn das? Gibt's einfach diese... ...Wenn's... Wow, was ist das jetzt? Das ist sogar mehr als vorher, oder? 77... Ah! Verdammt, Alter! 77... 76... Verdammt! 80... 99... Schau mal! Geht schon wieder runter. Oh Mann ey, das ist echt grad nervig. Find einfach kein Ding. Find das Signal einfach nicht. Gibt's doch nicht. Kann ja nicht so schwer sein. Wow. Gefunden. Endlich. Gibt's schon 100. Alter, jetzt bin ich auf 99. Lass mich nicht... Alter, du willst mich doch verarschen. Egal, ich probier's auf 99. Let's go. Na Endless. Oh my god. Commander Wilcox, where are you? Do you copy? There is a creature roaming Trailblazer Alpha. Do not return to base. Repeat, do not. I can't hear you. You're coming out. We are at base. We need to investigate the Cyrano crash site. No, 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 no. Commander Wilcox. Wilcox. Please contact the qualified assumption. Scheiße. Okay, zurück zum Rover. Ah, Paul, warte mal. Nimm doch... Na, die nimmt er nicht mit. Okay. Dann scheine ich die auch nicht mehr zu brauchen. Schnell noch ein bisschen Sauerstoff rein. Wesen aus dem Staub. Nein, nein, geh runter! Was? Was? Oh, oh. Jetzt geht's schnell runter. Es sieht aus, dass der einzige Weg runter ist zu gehen. Das wird verletzen. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt geht's schnell runter. Ich ist jetzt tot. Ich bin tot. Oh, oh. Ja, natürlich bin ich tot. Haha. Du bist gestorben. Das erste Mal seit... ...bestimmt... ...fass drei Stunden gespielt. Kranker Shit. Ja, aber der hat doch gesagt, ich soll da runter. Nee. Hat gar keinen Sinn. Nein, nein, geh runter! Was zur Hölle? Was sind das für komische Viecher da? Es sieht aus, dass der einzige Weg runter ist zu gehen. Das wird verletzen. Er sagt sogar noch, es wird wehtun. Ja, es tat auch weh. Aua. Ja. Achso, ich bin vorher nicht auf das Ding drauf gesprungen, ne? Oh. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Nee, nee. Gott. Es bricht sogar schon die... Was war das? War da irgendwas? Irgendwas verfolgt mich schon wieder. Oh. 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 Nee, nee. Lass mich... Lass mich da runter. Okay. Okay. Komm, 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 komm. Sehr gut. Abwärts. Keine Energiezelle. Ja, okay. Wie war das? Von irgendwo bin ich hochgekommen. Aber wo waren das nochmal? Scheiße. Von hier bin ich hochgekommen, aber... Shit. Mist, 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 Mist. Ach, kacke, ich brauch doch nicht schon wieder Luft. Ich hab gehofft, dass ich hier eine Zelle finde. Nö. Tu ich nicht. Oh, sehr gut. Soll ich jetzt einfach da runter springen, oder? Gut, das wäre natürlich auch eine Option, aber es tut sicher weh. Hop. Oh, boy. Was? Was? Wow. Wo ist mein Fahrzeug? Was? Ich habe die Meerkat hier geparkt. Ich weiß, dass ich es habe. Ja, ich habe sie geparkt, aber es ist weg. Okay, warte. Bleib einfach nahe an die Fläche. Okay. Oh, oh. Was ist denn los? Was? Scheiße. Ah, fuck. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nein, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Hässliche Tentakel. Da, mein Fahrzeug. Da ist es. Okay. Oh, fuck. Türen zu. Türen zu. Komm, komm, komm. Boah. Äh. Hey. Fahr los. Oh, Gott. Los, 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 los. Fahr, fahr, fahr. Scheiße. Junge, Junge. Erinnert mich an Soma, wo man bei dem Sturm Licht zu Licht laufen muss. Stimmt. Oh, shit. Shane! You're all right. Fuck. First good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien. A monster. We know. Lucas said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh, my God. I didn't want to believe it. I'm with Josie in the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree, its roots are everywhere. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. Okay. You should be in the research lab. How long have I played the game already? All right, man. Please, stay that way. I think three hours or so. I'm not sure, but I think three hours. Okay. Wir müssen Lucas finden. Er ist in der Basis. Okay. Holy shit, the whole base is infected. Okay. Lucas. Lucas. Of course, no response. Where are you, Lucas? There he is. What is that? Okay. Injection... Pistole. Lucas was definitely here. He analyzed a sample of the roots. Probe analysieren. It's the recipe for a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different vials at the centrifuge. Eine Ampullesuhr. Okay. Es könnte noch interessant werden. Okay. Aber warum hat er denn davor geträumt? Oh. Exploding flowers. Super. Ja, das hat mich auch noch getroffen, obwohl ich so weit weg bin. Gift herstellen. Ich muss das erst jetzt herstellen, oder was? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Oh. Ich habe keine Ampulle. This could be useful. Okay. Ähm. Nee. Ja. Ach so. Nein! Das ist doch richtig. Kann ich das irgendwie drehen, oder? Ah. Jetzt. oder? Das glaube ich. Andere. Ja, das ist der ganze Zeit. Ach so. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Puh, das, äh, ich brauche noch mehr am Pullen. Was, 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 was? 38 Stunden ist es noch. Im Angebot ein Bundle, wo das Game Park drin ist für 12 Euro, 10 Euro für den, ja, ich habe auch, glaube ich, 10 Euro habe ich gezahlt dafür. Ah, da ist das nächste. Disgusting. Fehlen noch ein paar Ampullen. Ne, da nicht. Sind hier noch irgendwelche Ampullen? Auch nicht. Ah, da sind auch noch welche. Okay. Jetzt mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich muss... das hier... dann... das hier. Perfekt. Jetzt habe ich schon mal das. Dann das hier. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch die zwei. Und das ist das Problem. jetzt habe ich zwei. Ja, ne, das war... Die Vialen, die ich gefunden habe, werden nicht genug, um das Kompound zu machen. Es muss hier mehr von ihnen sein. Hm. Nee, das ist ja richtig. Das ist falsch. Nee, das ist richtig. Scheiße. Hä? Nein. Das ist falsch. Ach Gott, Alter. Das... Complicated hier wieder. Das sind die zwei. Nein, nein. Das ist okay. Das ist... Ach, egal. Okay. Okay, also, ich mach nochmal. Das geht auch. Jetzt brauche ich nur... Die Mitte. Ach, lol. Ich muss gar nicht das ausfüllen, sehe ich gerade. Ich muss ja sogar noch eins freilassen. Also, dann das hier weg. Dann ist das... Dann ist es das auf keinen Fall. Könnte es das hier sein. Das hier nicht. Dann... Das hier. Ja. Ja. Das hier. Das war jetzt aber falsch. Weil... Ich muss ja eins freilassen. Jo, Lord, zack. Danke für dein Fall und willkommen im Stealth-Team. Irgendwas habe ich wieder falsch. Mal das nochmal raus. Ich brauche eins mit Mitte. Fehlt mir vielleicht noch eins, aber... Das Einzige, was mit Mitte ist, ist das... Scheiße. Aber das wäre falsch. Lieber League. Musik Musik Checkt euch. Gina ist gut. leigh Hat das auch was? Nee, mit dem Ding hat das nichts zu tun. Schade. Ich hab gedacht, wenn sich das dreht... Was zur Hölle war das? Junge, Alter, hab ich mich grad erschrocken. Ich muss noch irgendwo... ...mehr Ampullen sein. Irgendwo übersehe ich noch ein paar Ampullen. Da ist doch noch eine. Ich blindfisch. Okay. Mal gucken. Ah, jawohl. Die Ampulle hat mir gefehlt. Das war's. Die Zentrifuge will only spinnen, if the contents are balanced. Was? Die Zentrifuge ist nicht... Muss sie ganz befüllt sein, oder was? Ja, aber das würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn ich sie ganz befülle. Dann ist ja alles rot. Jetzt hab ich's genauso, wie ich's brauch. Die Zentrifuge will only spinnen, if the contents are balanced. Ja gut, dann nehm ich halt eins hier raus. Was ist das? Und pack das dann hier rein. Nein, das war das Falsche. Ja. So, jetzt ist gebalanced, oder? Jawohl. Na, endlich. Ich habe den Wirkstoff. Nice. Okay. Was? Kennst du noch das geile Horrorspiel 13? Das Remake. Ja, das kenne ich noch. Nee. Ich muss das irgendwo initiieren, aber wo? Gift benutzen. Wo denn? Ah. Okay, jetzt probieren wir diesen Falsch. Probieren wir was raus. Oh, wow. Oh, nein. Gott, verdammt. Lukas. Declin. Lukas ist tot. Lukas ist tot. Alter. Er hat es versucht auch. Und da rennen irgendwelche Viecher rum. Na toll. Okay. Wohin jetzt? Wohin? Das kennen wir doch. Achso, ja, das habe ich doch ganz am Anfang schon gesehen, gelesen. Alter, was ist denn hier los? Wir brauchen nur zwei Anomalien. Probestandort A01 bis A15. Jo, Miki. Vielen lieben Dank. Schon wieder. Kranke Shit, Alter. bald alles voll. Wie viele habe ich denn jetzt schon? 108. Leck mich am Arsch. Danke, Mann. Vielen lieben Dank. Team Team Maus haut alles raus. Das ist das gleiche schon wieder. Wo muss ich denn hin? Termine. Gegenmittel. Okay. Wohin jetzt? Da ist sie. Da habe ich sie jetzt gescannt. Ja. Okay. Und wo sind die Viecher, die vorher hier rumgerannt sind? Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht wissen. Was ist denn im Forschungslabor, die Ampullen finden? Im Forschungslabor? Wie komme ich denn da rein? Das ist nämlich verschlossen. Was? Aha. Achso. Erkunden des Weltraums. Ja, das ist unwichtig. Forschungslabor. Living Area. Was ist das? Da hat er an Frosch an Drähte gemacht. Kranker Shit. Okay. Wieder zurück zum Forschungslabor. Ich bin im Chemielabor, oder? Das habe ich noch nicht hängen gekriegt. Jetzt muss ich das andere hinkriegen, ne? Das eine habe ich ja hingekriegt. Jetzt muss das andere. Ne, ich kann da gar nichts mehr machen. Okay. Hä, was? Weg in das Treibhaus finden. Ja, aber Forschungslabor muss ich... Wo ist denn das Forschungslabor? Aua. Boah, geht nicht. Aua. Scheiße. Ich dachte, da geht's lang. Verdammtes Mist-Ding. Scheiße. Wir nirgends durch. Oder muss ich die Pflanze hier noch scannen? Nö. Hä? Hä? Ich weiß echt nicht, wie weiter. Ah, da. Das ist ein Stein. Brauche ich nicht. Das habe ich doch schon gesehen. Wo kann ich da hintere? Micky-1103-Spende 10 Bits. Vielen Dank, Micky. Geht's hier zurück? Ja. Scheiße. Ich komme einfach nicht klar, wie ich jetzt hier weiterkomme. Hier ist der Baum. Es sieht aus, als hätte der so Wurzeln mit Augen. Micky-1103-Spendet ein Bits. Nerve ich etwas? Anführungszeichen. Nö. Ich komme nur nicht drauf klar, was ich jetzt machen muss. Irgendwie ist es nicht für mich klar, was ich jetzt machen muss. Das ist... Ich habe auch kein Ding. Finde das Labor. Finde einen Weg ins Treibhaus. Micky-1103-Spende 10 Bits. Das hätte ich auch gesagt. Okay. Verdammt. 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 Ich habe keine Ahnung. Vielleicht doch nochmal hier etwas. Gegenmittel. Spritzen und Zeug. weg. Keine Ahnung. Kann ich ihm das nicht injektieren? Nö. Geht nicht. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ja, jetzt. Ich bin echt ratlos. Ich komme hier auch nicht durch. Ich komme nicht mehr raus. Und ich sehe auch nicht irgendwie so ein weiteres Herz, wo ich das injektieren kann. Schulti unterstrich 1989 Spende 10 Bits. Okay. Okay. Alter. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Wie geht's weiter? Ach, ich bin zu dumm. Natürlich, ich habe ja jetzt den Code raus, dass ich die platzen lassen kann. Wieder mal nicht richtig aufgepasst. Und Injektion. Stärkeres Gift. Okay. Declan, this is out of control. Even if I could use the poison, the greenhouse door is covered in roots. It's walled off. Okay. Try the emergency airlock by the greenhouse. Schulti unterstrich 1989 Spende 83 Bits. 83. Vielen Dank, Schulti. Danke, Mickey. Hey, Summer. Okay, jetzt bin ich hier durch, ja. Aber, äh, komm hier nicht weiter. Wie? Ah, nee, da bin ich hergekommen. Jetzt brauche ich was Stärkeres. Ich brauche ein stärkeres Gift. Jetzt muss ich bestimmt auch nochmal eins herstellen, oder? Nee. Nein. Lässt mich einfach keins herstellen. Ich habe gehofft, dass ich jetzt das zweite herstellen muss, aber muss ich nicht. Nee, da ist nichts. Oh, komm schon, Alter. Ich... Das ist doch scheiße. Komm ich nicht durch. Wie komme ich denn da rein? Wieso komme ich denn da nicht rein? Hier geht's auch nicht weiter. Den Schrank muss ich nicht... Jetzt bin ich echt... Das ist... Das ist... Das war das letzte Mal für heute. Okay... Ey, komm schon, ich lasse das, Alter. Wenn's nicht richtig vorgegeben ist, was du machen musst. Da steht, einen Weg ins Treibhaus finden und im Forschungslabor die Ampullen finden. Ja, aber ich hab doch alles schon gefunden. Hab ich wieder eine Ampulle vergessen, oder? Ich kann nicht stärkeres Gift... Ach, ist das gerade nervig wieder. Oh mein Gott, Alter. Ich geh nochmal ins Forschungslabor. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwo eine Ampulle, die ich vergessen hab. Das ist eigentlich nichts mehr. Das ist eigentlich nichts mehr. Ich muss gleich... Ich muss gleich mal kurz aufs Klo. Yay! Okay, alles klar. So, jetzt kann ich kurz testen. Zack, rein damit. Platz. Und rein. Schuss. Schuss. Oh, shit. Ich weiß, was du denkst. Aber ich kann nicht... Deine Ehrplugs verhindern, dass deine Drums von rupturing. Exhal, komplett. Du musst sprinten. Es ist nur minus 19 Celsius und kein Risiko von Frostbite. Es ist theoretisch möglich. Das ist die schlimmste Idee. Oh mein Gott. Ich soll jetzt ohne Anzug rüber? Ohne... Okay. Lauf! Lauf! Shit, shit, shit. Rein, 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 rein! Und auf den Knopf drücken! Junge! So ein Freak, Alter! Jesus! Slow down! Fuck! Get your breath, please! Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, okay, okay. We'll get you looked at as soon as we can. Hang in there! Okay. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Okay. Fucking kill that thing. Is here, einfach durch. Da. Und rein damit. Das war nur eine kleine. Okay. Schnell hier durch. Uh. Und indizieren. Bam. Hier ist doch das Viech, wo ich eingesperrt habe. Fuck. Fuck. Wer hat denn hier da bitte mit Blut was an die Wand geschrieben? Wenn es Blut ist. Okay, da komme ich nicht hin. Aber hier runter komme ich. Junge, 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 Junge. Man zack. Shane. Wir haben hier ein Körper. Jesus. Die Impact-Site ist ein schmerzungsvolles und wir haben wirklich nicht die Zeit oder die Werkzeuge, um all das zu suchen. Bist du okay? Ja. Mars zack. Haha. Mars zack. Der Mars zack. Au. Ich glaube, ich habe das oben jetzt weggemacht, oder? Nö. Ist noch immer da. Also doch hier runter. Hier durch. Ach so. Ja, stimmt. Ist ja die Falltür. Okay. Alles klar. Okay. Da komme ich wieder nicht durch. Und hier komme ich auch nicht durch. Oh. Zack. Der erste Wassertank ist vergiftet. Ob das sich wirklich von Wasser ernährt? Na, vergifte ich so. Ich habe mir das Spiel, was du auch gerade spielst, gekauft. Ja, dann, äh, viel Spaß. Also, vier Stunden hast du auf jeden Fall deinen Spaß. Und für zehn Euro ist das völlig in Ordnung. Da ist Wassertank zwei. Okay. Okay. Man, ich habe ein bisschen gefunden. Josi habe eine Bühne vor den Ecke, nah vor der Crashzeit. Sie wollen es ihr einmal stellen. Eine Bühne? Das eine Bühne zur Hölle des digrift. Es ist großartig. Ich habe sie sich eben da, um es zu abhängen zu sein. Aber sie fiat sich auf das. Orochi hat die Seprenze an Abhängen. Sie ist Orochi, oder wie? Wahrscheinlich werden wir herausfinden. Umweltkonsole, Alter. Na dann, nochmal anschalten. Ich glaube nicht. Gott! Junge, spritzt ihr das Ding rein! Ah! Ah! Weg! Junge, was ist das? Schmetterling, oder was? Oh, doch! Kein Weg! Ja, die Ina, die hat schon vorher so komisch geredet. Nein, das ist Evolution und und und. Nix gibt's. Ah, da ist sie ja. Ich werde dich verletzen. Ah! Da! Scheiße! Ah! Oh Gott! Ich bin tot. Alter! Ich glaube, das ist der Boss. Diese Quicktime-Events check ich noch nicht so ganz. Jetzt, jetzt mach doch! Hallo! Ich möchte weiterspielen. Danke! Ich glaube, lange geht's nicht mehr. wieder. Hm. Okay, Schulti hat sie's auch geholt. Okay. Okay, nochmal. Töte den Bauch. Zack, los, spritze es rein. Ah, fuck. Scheiße. Nein. Ah, ihr Kitt. Scheiße, ich drück doch. Wie lange muss man da warten? Ist doch scheiße. Wie lange muss man denn da warten? Ich hasse Quicktime-Events. Okay. Okay. Nein, es ist immer noch leise, aber ich kann jetzt näher kommen. Was ist das? Okay. Okay. Jetzt weiß ich, wie es geht. Was ist das? Dr. Vorkova? Ina? Nein. Nein! Nein! Es kann nicht sein. Nein! 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 Ah. War zu nah dran. I'll destroy you. Und schon wieder verloren. Hä? Aber ich habe doch gewartet. Wenn das Ausrufezeichen kommt, muss man warten, bis man drückt. drücken kann. Boah, ich habe doch gewartet. Extra gewartet habe ich. Wie dumm das schon wieder ist. Echt. Weiß einer, ob das der Schluss ist? Ich denke schon. Wie dumm das ist? Hat das getan hat? Nein, es ist noch nicht wieder weiter. Aber ich kann jetzt näher gehen. Und was ist das? Aber es ist nicht besser. Okay. Okay. Alter, das gibt's doch nicht. Hä? Alter, da kommt keine Maustaste, gar nichts. Fuck. Was ist denn das wieder für ein Müll? Oh, warum müssen wir jetzt noch zum Point? Ach, keine Ahnung. Hm. Ruffgatte. Tötet den Baum. Wow. Scheiße, es war zu spät. Oh, das nervt gerade nicht. Warum? Alter, ich hasse das so. Diese scheiß Quick-Time-Events. Das ist so hässlich. Wie ich sie hasse. Komm schon, jetzt. Echt. Das ist so hässlich. Nein, es ist noch live. Aber ich kann mich jetzt näher. Was ist das? Geht da, da ist ein hässliches Mist wie ihn. Verpiss dich! Oh, es verpiss dich, man. Echt. Was ist das? Dr. Vokoba? Eina? Nein. Nein! Es kann nicht sein, sie. Nein, es kann nicht sein. Keine Ahnung. Ich werde dich verraten. Nein! Wieso geht denn das nicht? Was ist denn das für ein... Hä? Warum geht denn das nicht? Ich drücke und mache und... Muss ich es angucken? Vielleicht muss ich es angucken. Bin zu weit oben gewesen. Okay. Probier ich es mal so. Ja. Nein, es ist noch immer wieder alive. Aber ich kann jetzt näher kommen. Nein, es ist noch immer wieder alive. Was ist denn das? In your little foolishness. Okay. Man. In your face, baby. In your face. Was ist das? Dr. Fokoba? Ina? Nein. Nein! Sie können nicht sie sein. Keine Ahnung. Aua. War noch erwischt jetzt. Okay, jetzt nochmal. Ah, ich muss sie angucken. That's it. Okay. That's it. That's it. That's it. Okay. Oh, okay. Oh, oh. I'm gonna die. I'm gonna die. Oh, oh, oh. Ah, das war ja so klar. Nein. Nein. Bam in your face, Alter. Blöde Kuh, Alter. Ist du jetzt tot? Bestimmt noch immer nicht. Okay, jetzt komm. Markus, ich war falsch. Wo ist sie? Ich dachte, ich konnte es... Ach, da ist sie. Es ist Volkova. Sie ist kontrolliert durch den Tren. Sie ist der Tren. Was in der Hölle? Warum? Der Tren, ihre Spezimien, die schwarze Infektion überall. Sie ist nicht mehr menschlich. Kuh, mich. Bitte. Kuh, mich. Okay. Dann befreie ich sie mal. Zack. Hin zum Rhein. Ine. 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 Shane, kann du in die Ine? Ich habe gerade gesehen, die Ine. Ich habe gerade gesehen, die in die Ine. Sie war nicht so. Shane, fokuss dich. Die Syrinow-Krash, die Blak-Oil, die Plante-Live, die Spanien, 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 die Spanien sind. Wo bist du? Ich komme, ich komme hier raus. Nein, Sie müssen die Ena des Computer abzunehmen und wissen, was sie war zu sein. Mein Gott, bist du schuldig? Shane, denken Sie. Die Cyrano ist weg und unsere Re-Supply mit ihm ist. Wenn die Hauptbasis geht, wir alle sterben. Wenn Volkova's Forschung noch ein Problem stellt, müssen wir wissen. Sie wollen wissen, was sie war zu sein? Du kommst und du es selbst. Ich weiß nicht. Hey, listen, ich weiß, ich weiß, dass du viel hast. Ich bin sorry, wir alle haben. Du bist richtig. Ich bete die Seizungen auf der Rover sind einfach unbearable. Hey, listen, buddy. Ich habe die ganze Zeit auf die Arme von der Cyrano-Kruhe gekauft. Sie sind nicht die einzige, die zu haben einen schweren Tag. Anytime du willst, bist du mein Guest. Oh, scheiße. Enough! Both of you! Dr. Newhart, do du mir? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your offsite team. Copy? Yes, copy. We are headed to the cliffside doorway. If there is proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you are on comms. Got it. Hey, uh, sorry to be a dick. Yeah, me too. So. Alright. I can do this. I mean... If I were to start somewhere, I would be able to call this computer. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. You got this. companies in the dark. Because they're tired. Anything else they see t суд in the sap. Have you seen these in the DXDA? Have you seen them? Or is this a bend? And where is this... There's nog one dog, where is that... Okay. Du bist zu Inas PC. Jetzt komme ich hier rein, oder? Ach, da ist Inas PC. Alles klar. Wahrscheinlich hat die wahrscheinlich von allem gewusst. War ja klar. Okay. Das ist jetzt natürlich schwierig. Woher soll ich den Code wissen? Scheiße. Woher soll ich den Code wissen für... Inas PC im Forschungs... Aufzug rufen. Was könnte der Code sein? Sie hat so... Mammuschkas da so... Matroschkas hat sie da liegen. Eins? Nein, oder? Hat das was mit den Matroschkas zu tun? Das sind vier Nummern. Warte. Es sind... 0, 8, 6, 7... Wie kommst denn du jetzt da wieder drauf? Auf 0, 8, 6, 7... Nein. Weil es das vorher war? Nee, ich glaube nicht. Warte mal. Kann ich... Kann ich... Äh... Inventa... Was ist denn meine Karte? Was ist denn die Karte von der Ollen? Kann ich die nicht angucken? Nein, kann ich nicht. Stand das vorher? Ja, aber das war ja draußen. Hm. 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 Warte mal. Da geht's lang. Da geht's lang. Nein. Hm. Hä? Also... Wo ist der Typ eigentlich hin? Der ist auch nicht mehr da. Oder? Ist der noch da? Ja, der ist noch da. Der lebt. Der liebt. Äh, der liebt. Der lebt auch noch. Okay. Ja, gut. Dann muss ich doch mal gucken, wie ich das Passwort rausfinde. Vielleicht finde ich es in den E-Mails raus. Ich sag aber noch immer, das sind die Matroschka-Puppen. Das ist der Code. Wenn ich nur wüsste, wie viele Nummern hat die Matroschka-Puppe. Warte mal. Warte mal. Vier, eins, zwei, drei. Nein. Ich glaube, der Code ist, sind diese Matroschka-Puppen. Das sind vier Ziffern. Verschlossen noch immer. Ich glaube, hier ist der Fahrstuhl. Nochmal lesen. Ich habe im Monat. Ich habe im Monat. Fünf, fünf, drei, acht. Lol. Da ist einfach ein, ein, ein Aufzug. Und wie starte ich da? Forschung, Wartung, August, Icarus, August? Wo soll ich denn denn hin? Was ist August? Okay. Was? Was? Oh, nee, Alter. Ah, okay. Kann ich die Kameras abchecken. Ja, aber ich habe mich doch gerade verbunden. Hä? Was zur Hölle, Alter, was zur Hölle? Was ist das denn? Oh, oh, lass mich. War, glaube ich, ein Roboter, oder? Oh, ja. Das war's. Oh, das war's. Unauthorized access, unauthorized access, security on route, please await me for response. Shane, we made it to the door, definitely not Orochi, it looks ancient, but they've been here, there's equipment near the base and there's a strange artifact on a pedestal. If they found a way inside, there's, there's going to be a record of it. I'll see what I can find out. Ah, warte mal. Muss ich hier irgendwas machen? Nö. Okay, ich muss aufpassen. Die Kameras aktivieren wahrscheinlich irgendwelche Roboter. Hä? Ah, ja. Die hat also hier unten geforscht. Standby, Standby. Reprakturdiagnosen. Unter den Augen von den anderen hat sie einfach geforscht. Und wer hat dieses Forschungslabor aufgebaut? Das ist auch ein bisschen unrealistisch, würde ich mal sagen. Ach, nee, schon wieder. Ich brauche... Nee. So nicht. Sehr gut. Die Kamera. Kamera. Das kann nicht real sein. Das ist auch wieder eins. Nee. Ausgrabungen für Argosanlagen sind abgeschlossen. Okay. Noch ein Roboter, äh, noch ein Computer. They disturb the Divine Engine, disrupt the barrier, seek a well of knowledge that swallows off. Out the airlock they went. Fragile minds scattered to the vacuum, extinguished by the breath of the world. So? We're not doing this. Ah. Okay. Anmerkingen. was habe ich eigentlich für aufgaben den argus komplex verdammt scheiße geh wieder zurück gott sei dank okay wusste dass es hier entlang geht ich muss nicht an das ding an der wand ich muss nur an den ding vorbei sind auch wieder das weiß ich wie viele das fließband einschalten und das hat die alles ganz alleine hier betrieben nur mit diesen robotern komisch das ist gar nicht die kamera das ist die andere dass die da draußen aha oha ok minus eins jetzt das ist zwei fünf pff scheiße fehlt noch eins ja aha alle kaputt aber scheiße jetzt habe ich die kameras kaputt gemacht aber ich komme hier nicht durch ich komme nicht aus dem raum ach wieso ah ok ich glaube ich weiß wieso jetzt muss ich wieder an das ran und dann einfach so machen oder ja hat nicht geklappt scheiße aber die tür geht nicht auf ach shit shit toll toll mach ach okay ja es geht nicht da lang doch geht es weil ich habe jetzt das band eingeschaltet ok so ok scheiße tschüss naja sonderlich kluge Roboter sind es nicht na fuck was gott au ja kann ich nicht irgendwas tun ja ok ich bin tot das war ziemlich unfair ich war nämlich unter dem ding aber das hat mich trotzdem erwischt oh gott ach nö nochmal echt jetzt scheiße oh gott ich habe gedacht ich kann da jetzt vorbei rennen ich kann gar nichts ja der packt dich gleich wieder gar keine chance ok der packt dich sofort wieder also einmal erwischt tot jungen 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 ich kann doch nicht schicken ich würde da gehen mich ich kann 時 ich würde da gehen wenn ich zurück schenk 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 auch schenk 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 Ich bin hier. Schon wieder? Nee, das habe ich doch gemacht. Scheiße. Dein Ernst. Oh, super. Welcher, welcher Computer? Sag bloß, der Computer da drinnen. Oh, okay. Okay. Come on, es ist auch aus. Okay, jetzt komme ich gerade. Es muss sein Rokobas Lab. Es riecht wie Gasoline und Fertilizer. Es ist komplett verletzt. Ah! Ich komme gar nicht durch. Aber warum sollte ich durch? Gehen wir einfach weiter. Ah, schon wieder eine Scheiß-Kamera. Hier auch. Und hier. Einfach überall. Ich hoffe, ich kann nicht ganzes Sicherheitssystem hier ausschalten. Nein. Ah! Nee, kann ich nicht. Scheiße. Na, toll. Zugang verweigert. Jetzt nicht mehr. Der CEO von Orochi? Holy shit. Warum ist das hier? Tja. Ist er vielleicht hier? Der gute CEO? Sicherheits- Ja, weil... Alles deaktiviert. Protokoll 1. Protokoll 1. Wie kann ich denn jetzt hier... Ich kann die nicht steuern. Scheiße. Nicht steuerbar. War so klar. War so klar. Das war so klar. Jetzt sind bestimmt alle Roboter unterwegs. Hier sind ja auch was weiß ich wie viele. Okay. Scheiße. Woh! Wo kommt der denn her? Wo ist er jetzt hin? Oh, da kommt er schon wieder. Scheiße, ist ja voll schwer. Vielleicht kann ich mit der Kamera den Roboter hacken. Wie soll ich denn das machen? Der scheiß Roboter läuft immer hin und her. Oh, da läuft auch einer. Ach du Kacke. Oh, da läuft auch einer. Oh, da läuft auch einer. Oh, da läuft auch einer. Wie komme ich denn jetzt? Ah. Ich weiß es. Boah, Alter. Okay. Ich gehe trotzdem mal da entlang. Ach. 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 Ich habe es geschafft. Was? Sackgasse? Okay. Doch nicht. Mist. Tüber auf. Betten. Hier haben noch mehr Leute gearbeitet. Einfach. Einfach. Umbrella. Einfach für Umbrella gearbeitet. Okay. Das sind blutige Schuhe und so. Hm. Okay. Ich wollte sowieso keinen Kaffee. Tschüss. Junge, 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 Junge. Was ist das? Was ist das? Kann ich nicht mehr scannen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hallo? Na toll. Na, ich muss hier rein. Ja. Pff. Wie denn? Also. Wie denn? Ich bin wundern. Ich bin wundern. Jetzt, äh, wird's natürlich ein bisschen tricky hier. So. Oh, nein, Alter. Okay, ja, natürlich. Ich zwäng mich hier jetzt durch und will gegen das Viech kämpfen, oder? Okay, der Computer ist kaputt. Okay, 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 okay. Oh, das sind aber auch verstörende Bilder, hey. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Nein, nein. Oh, beruf dich. Oh. Junge, Junge. We bring you... Was? Die haben an dem Viech geforscht. Das ist eins, was sicher ist. Das ist hier aus dem Fenster rausgesprungen. Das ist hier aus dem Fenster rausgesprungen. Ha, Alter. Einfach für Umbrella auf dem Mars gearbeitet. Voll gut. Oh. Scheiße. Okay. Auf geht's zu Icarus. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist etwas, was ich erst mal herausfinden muss. Du bist alles alleine, kleiner Junge. Manchmal fühle ich alleine. Wir sind beide alleine hier. Zusammen. Icharos Das ist jetzt nichts Besonderes. Ah. Kontaminierungsraum. Was? Mein Gott. Was zur Hölle? Das Kommandozentrale suchen und das Ding ein für allemal erledigen. Das ist ja auch langsam echt ganz schön aggressiv. Was? Hallo? Kam was aus der Toilette? Okay. Wird er auch darin verschmutzt. Passt schon. Da ist schon wieder so ein Stachelding. Hopp. Tschüss. Das kommt viel zu langsam raus. Oh. Okay. Okay. Da lang. Was ist das? Oh Gott. Was ist das? Das hat auf jeden Fall eine Wirbelsäule. Ist das irgendwie... Ein Baby... Also wurde das hier mit Menschen-DNA und Alien-DNA oder Alien-Pflanzen-DNA und... Alter. Das ist ja echt crank hier. Wow. Dieser Komplex da unten ist echt riesig. Naja, ich erkunde den Bereich. Oh! Ah! Ähm... Okay. Ist kaputt. Dachte schon, das krabbelt mir jetzt hinterher oder so. Aber nein. Es ist kaputt. Okay. Ich frage mich noch immer, was das mit den Kugeln auf sich hatte, die wir in den Höhlen hatten. Diese komischen Tentakeln haben darauf voll reagiert. Also wäre es nicht schlecht, wenn ich wieder so eine komische Kugel hätte. Na toll. Mal im Weg den Aufzug zu benutzen. Mal in biometrischen Daten wahrscheinlich reinfüttern. Hier ist eine Hand. Oder ich muss eine Hand suchen. Vielleicht hat irgendjemand eine Hand verloren. gut möglich. Gut möglich. Okay. Den Türcode finden. Na toll. Was zur Hölle? Moment mal. Bedeutet das vielleicht die Crew, die schon die ganze Zeit arbeitet? Lukas, tralala, und ich selber. Wo ist Sean? Da ist Sean. Wir sind schon die ganze Zeit solche Genexperimente. Und bei den einen ist es halt schief gelaufen und ausgebrochen. Oh wow, Alter. Das ist ja heftig. Ich glaube, ich habe recht. Ich glaube, ich habe recht. Protokoll Icarus. Stimme. Die Stimmen sind immer. Code 9510. 9510. Okay, wieder zurück. Was sind das für Saves? Sind die offen? Ach, das sind Leichen. Okay. Nein. Nein, nein, nein. Mach wieder den Roboter aus. Ah, da ist die Hand. Die brauche ich aber. Ah. Verdammt. Okay. So eine Falle. Egal, ich habe die Hand. Nichts wie weg hier. Und Patschehähnchen drauf. Los. Los. Scheiße. Oh nein. Komm halt. Es geht das направ. Komm halt, öffle. Interdetermauen, los. Kom halt. Adamus. Scheiße. Ah, ah, scheiße. Das. Oh Gott. Könnte das sogar sein, dass das einer von den Crewmitgliedern ist? Obwohl, das ist eher eine Art Hund oder sowas. Jetzt machst du gleich klirr und sie springt raus. Oder? Oder auch nicht. Doch. Okay. Alter. Verdammt, diese Drohnen sind überzogen mit diesen komischen Pflanzen. Echt. Okay. Wird man besser auf dem Weg. Es wirkt so, dass das Spiel dich immer mehr bedrängt. Wie bedrängt? Wie meinst du das? Alter. Achtköpftiges Monster. Na toll, Alter. Das hört sich echt super an. 512. Oh Gott, was ist es? Beklemmend. Achso, ja, beklemmend auf jeden Fall. What the fuck, ist es schon 6 Uhr? Nee. Na, muss bei Gizmo schon das Licht an. Vier Buchstaben. Bordmeeting um fünf Uhr zwölf. Vier Buchstaben. Aiden. Tja, ich bin so gut. Notfallprotokoll. Es hat wohl nicht gegriffen. Die immerwährende Maschine. Ja, Gizmo ist mein, mein, äh, Gekko. Terrarium. Ich finde einen aus. Was soll der Ausgang sein? Hä? Zug Icarus gehen. Ausgang finden. Projekt Eclipse aktivieren. Wie mache ich denn das? Projekt Eclipse. New Eden. Orochi ist planning on building a city here. A Failsafe. There is no escape. The dream will consume them. They are inevitable. Projekt Eclipse. Projekt Eclipse. Projekt Eclipse. Stand-by. Beleuchtung passt. Geschlossen passt auch, oder was? Achso, hier. Ah, Light 20. Mooping. Was ist denn Sound? Täubungsmittel. 60. Okay. Mist. Scheiße, ich brauche 100. Damit. Das ist gar nicht so einfach. 92. Ich habe nichts. Ah. Ah! Okay Nee, das ist in Ordnung Okay Das ist wieder nicht einfach Ist das eine Kernschmelze im Hintergrund? Das ist mein Ding, mein Terrarium Oh 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 Ist das tatsächlich gleich sexual? Oh 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 Ah Ah Nein Es wäre zu nice gewesen, wenn ich es geschafft hätte Mist Ja, ich hab's Nice! Okay Okay Das war das Jetzt muss ich hier... Das muss ich jetzt... Wie... Oh 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 Hey, das ist nur auf der Cam so hell Das ist nicht so extrem hell Es wirkt nur so, Alter Das ist voll schwer, das Ding hier Ich habe Oh 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 Wie kriege ich denn die Klangschaft eigentlich auf 100%? Das ist ja auch etwas schwieriger. Das ist ja auch das ist ja auch Kopfnuss noch am Schluss, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay, komm, ich hab jetzt auch keine Lust irgendwie jetzt mittendrin aufzuhören. Ah, Sound auf hier. Okay. Guck mal, da ist doch alles, Alter. Tag, 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 Tag. Irgendwie kann das aber nicht stimmen. Ich probiere da rum und hab den Zettel überhaupt nicht gesehen. Ja, aber da fehlt doch noch was. Ah, der untere fehlt natürlich. Dann war's doch richtig. Scheiße. Sag mal, die Frage ist, ist schwarz an oder aus? Das ist die Frage. Ja, so. Was ist das? und nur noch was nur noch betäubungsmittel es gibt es doch einfach nicht warum zur hölle 80 80 verflucht nochmal was ist denn das ich komme ich dann auf 100 so ja ja aber ich wieso geht denn das nicht so ja na endlich meine fresse hat das lang gedauert was ist denn das was ist das ein herz oder was zugang verschaffen habe ich doch schon nicht autorisierte nachricht immer während der maschine zu ikaros gehen programm eklipse aktivieren das habe ich doch gemacht jetzt öffnen geschlossen aber jetzt kann ich auch nichts mehr machen kranker shit einfach es sind einfach riesige ketten ja so ein rätsel damit sich das verdeck öffnet ja das finde ich auch seltsam ganz ehrlich jetzt gedacht es geht jetzt noch mehr ab so was ich halt komisch finde ist steht noch immer zu ikaros gehen einen ausgang finden und projekte eklipse aktivieren aber projekte eklipse habe ich doch jetzt aktiviert oder nicht ach so da gibt es noch eins oh yeah nice oder das hat nicht funktioniert es muss ein Hinweis von der richtigen Position auf diesen Dialen sein drei stück um warte was war das ich habe es vorher gerade gelesen obwohl warte ist es vielleicht 512 ja das war es und jetzt und jetzt oh warte warte ja lass es zu was zur Hölle was zur Hölle wo bin ich denn jetzt wieder gelandet do das ich das es warte warte wo warte 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 Okay. Ich wollte mir doch das Buch angucken, was das ist. Wieder das Unendlich-Zeichen. Okay. Seine Mutter war ein Genie. Okay. Kann mir irgendjemand zeigen, der irgendwas gesagt hat? Die Tür des Lichts. Das heißt, die sagenumwobene Straße Agathas führt durch Raum und Zeit. Excellent try, Gloria. However, while the roads of Agartha do traverse the vastness of time and space, the corridors between dreams are a separate sort of passageway. And the two only intersect in very rare places. Okay. Antwort die Tür ins Universum. Wurmlöcher und Ereignishorizonte bieten die Möglichkeit an unmöglichen Orte zu gelangen. Okay. That's very cutting edge, Adam. And while the full answer to that is quite complex, that is still incorrect. Okay. Okay. Ist hier sonst noch irgendwo ein Zettel? Ah. Ah. Ja, ja, ja. Antwort die Tore des Himmels. Gott hat die Schlüssel für die Tür des gesamten Universums und Kraft seiner Gnade dürfen wir sie betreten. Okay. What a distinctive answer, Rupert. That is an interesting theological paradox. But it is wrong. Also Rupert hat falsch. Very good. The answer is the dreaming ones. Die Träumenden. Die Träumenden. Die Träumenden wären, die Träumer sind und die Träumer werden sein. Nicht in der Welt. Welträumen. Was? Welt. Welträumen, die wir kennen, sondern dazwischen. Okay. The dreaming ones were, the dreaming ones are, the dreaming ones shall be. Not in the spaces we know, but between. They walk serene and primal. Undimensioned and to us unseen. They can teach us deep knowledge. Secrets past, the skin of eternity. Okay. Alles klar. Oh shit. Wieder alles voll. I'm having a hard time noticing when it's happening. Yesterday, I saw a light streaming through the kitchen window. A moat. Illuminated, suspended in the air. Spent the remainder of the day in my office researching. I've been accused of isolating myself. I merely am who I am and have always been isolated by knowledge. Imagine discovering a dictionary of new words to describe the universe. Words that no one else could ever know. The promise of limitless knowledge to an insatiable mind. Is it any surprise that I struggle with domesticity? But... I had to make a choice. I'm sealing it away. I have to try. Shane is my universe. There is again this book. The Unendlichkeitsstern. What? Once you open the book, it's already too late. It's always too late. The Unendlichkeitsstern. Orochi contacted me this week. They've approached me several times in my career. They knew more about the red planet. Twins. They suspected a great many other things. But they kept their cards close to their chests. As did I. Shane saw inside the book. Just a glance. And it was enough. They can never know. They would do anything to pull them into their fold. And that's why, Doctor. If I found out that Orochi approached you. And you told them what I've said. You'll find out just how dedicated a mother I am. Now, were you curious about the Dreaming Ones? Okay. Wer hat in das Buch reingeschaut? Was? Was kommt wieder tief hier? Ach, hau ab. Da. Da. Geh weg. Why are you doing this? Ugh. They cannot awaken. The moon's bent above us. It is all but a brilliant equation. Please, I need you to help me. I thought I am. I was. I will. God damn it, who are you? Shane. I'm sorry, Shane. Shane, I've made so many mistakes. You were never supposed to be here. Mom? Why are you... How did you get here? My curiosity led me here. The pages of the Necronomicon revealed a mathematics I had never encountered and a pathway to the dream world. I didn't know that once I made the choice, I could never return. The decision has weighed on me ever since. Weighed on you? Do you have any idea what that did to us? To Dad? When you left, it broke him. We searched for you for years. Shane, please. Listen. Has it been you this whole time? In the base, haunting the crew? Driving us crazy with these nightmares? Stop! The struggle tears at my soul. It takes every ounce of concentration I have to remain here. I need your help, son. We must act quickly. When the ship passed between the moons, the twin dreamers were disturbed in their slumber. All the chaos you've witnessed, the filth, that creeping horror is only a fraction of the destruction that it can bring. If they go up the engine, the moons of Mars, the dreaming ones will awaken, and they will devour all of reality. You left me. You left us for a delusion. What the fuck do you care about, reality? Reality is where my son lives. What do I need to do? Find the Gaia engine. I will help you do what must be done. Help me, Shane. Help me undo what has been set in motion. Please don't leave again. Don't worry. We will solve this together. Hmm. Okay. Das irgendwie besessen, weil das Necronomikum angefasst hat. Und... Ist von einem Traumdämon besessen, oder was? Und der Traumdämon ist seine Mutter und... Hat überhaupt... Also die ganze... Dieses ganze Drumherum hat gar nichts mit den... Viechern zu tun, oder... Ist er doch geklont, oder... Ich hab keine Ahnung. Ist das alles viel zu hoch langsam wieder. Wie soll man denn da noch irgendwas durchblicken, bitte? Tja, lass lieber die Augen auf. Shane? Declan! Declan! Sorry. I, uh... I don't know what happened. There's so much more down there, Declan. Clones, mind control, the dreamers, the dreaming ones. Declan, we have to find the Gaia engine. I, uh, it's the only thing holding them back. The, 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 the filth, the, the nightmares, my, my hallucinations, they're connected. We need to find the engine. Okay, 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 okay. Shane, slow down. We're inside. You need to get here as soon as possible. The hell if I'm staying here. We have to find it. Okay, okay. We find this machine. Because as much as I don't have any idea what you're talking about, it makes more fucking sense that anything else has happened today. Okay, ich muss die Gaia-Maschine suchen. Aber wo ist sie? Ist sie hier? Das ist die Tür, wo ich die ganze Zeit nicht reingekommen bin. Doch. The Gaia-Maschine. Okay. Auf geht's. Also, die mischen Alien und die Monologie irgendwie zusammen. Interessante Mischung auf jeden Fall. Krass. Let's go. It's a Gaia-Maschine. Oh, my God. Was? Ich bin jetzt auf der Tür gekommen. Es ist großartig. Ach, das Tor. Ja, diese Sten-Karvings müssen Tausende Jahre alt sein. Die Rekorde der Excavation, die du in Argus gefunden hast. Das muss sein, der Ort. Ich will dich in der Mitte treffen. Wir treffen uns drin. Okay. Wenn ich weiß, wie ich da reinkomme. Wenn ich das so sehe, habe ich schon keinen Bock mehr auf den Mars zu gehen. Alter. 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 Alter, ist das ein riesiges Tor. Wie soll ich denn das Tor öffnen? Ich habe keine Ahnung. Doch, so lange habe ich schon, wo ich arbeitslos war, habe ich die ganze Zeit so lange gespielt. Das Rätsel lösen. Schon wieder ein Rätsel. Ach, wie kann es auch anders sein? Na, oh Mann, Alter. Okay. Ach, scheiße. Ja, aber das sieht doch gut aus. Verbinden. Geht das nicht? Ja, aber das sieht doch gut aus. Das passt doch so. Nee, nicht wirklich. Okay, jetzt sehe ich es, dass es wieder nicht passt. Auf geht's, Tor, öffne dich. Magnificent. Junge, Junge. Das war ja viel zu einfach für dich. Einfach nur kurz ein paar Mal gedreht. Ja, ich habe halt das Auge dafür. Was ist denn das hier wieder, Alter, krank. Riesige Gewölbe. Das war ja sehr gut. Das war ja sehr gut. Ich bin hier, um zu lernen, von den Anfragen. Die Anfragen auf dem Nexzus des Dramatischen Wurz. Das Gäer-Gäer-Gäer. Das Gäer-Gäer-Gäer. Sieht schon ein bisschen aus Nach dem Cthulhu Mythos Ein klein wenig schon Wo ist die Gaia Engine? Es gibt etwas unter dem Boden hier. Sieht durch die Hände. Geh aus der Hände, Declan. Declan! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Ich werde es nicht machen. Oh Scheiße! 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 Ich habe dich! Geh! Ich werde sie entfernen! Was? Declan! Geh zurück in die Hände, Neuhorst! Es gibt nichts, was du hier tun kannst! Geh weiter! Ich kann helfen! Ich weiß, was wir tun müssen! Es ist überall! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Okay. Bitteres Wiedersehen. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Sauerstoff. Puh! Das Spiel hat auch Lovecraft Elemente. Ja, das dachte ich mir. Alleine die Tentakeln. Das ist alles immer so Lovecraft mäßig. Oh wow, da geht es aber tief runter. Die Hände! Das muss es sein! Was? Es sieht nicht... Es sieht nicht aus wie ein Motorrad, das ich nie gesehen habe. Ich komme! Halt auf! Was ist dieses Ort? Sie haben es gefunden! Sie haben das Motorrad gefunden! Überraschung der Threshold. Du musst sie erreichen. Ja. Okay. Das sind Lichter. Das Tor geht nicht auf. Da lang. Ich kann es fühlen, dass sie hinter der Stein schreien. Runen. Ein Sprach. Ein Schlüssel vielleicht. Seine Augen. Sie sind immer ört. Sie sind niemals ört. Sie sind nie blinken, bis sie wie Ecken schreien. Und wiedersehen. Eklund, raus! Hier! Geh das! Ähm... Was soll ich damit machen? Okay. Diese arme Crew, die hat von kein... Von nichts eine Ahnung gehabt. Von einfach nichts. Und dann wurden sie auch noch geklont da unten. Höchstwahrscheinlich sind das nicht mal die echten. Oh nein. Jetzt sehe ich, was da im Sand ist oben. Ein Sandwurm. Yeah. Okay. Alles klar. Jetzt gibt es auch noch Sandwürmer. Scheiße. The sand ist shaking. Not good. Not good. Not good. Wow, wow, warte mal, komm ich da hoch? Nein, wow, ah, wieso hat es mich jetzt, oh scheiße, Alter, oh nee, alter, nee, jetzt kommt wieder sowas. Ach, die Luft reicht eigentlich noch, egal, besser 100. Hab. Ich muss nicht warten, bis der da weg ist. Let's go, let's go, let's go. What are these? Symbols. Good. Language. An unlocking mechanism? Declin, what are you doing? That, that did something. Holy shit, it's spinning faster. It's working. Oh my God, we're dead again. Okay. Los. Go, 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 go. Let's go. What the hell? What the hell? I'm going to try to barricade the door. No, it's already here. You can't. You fucking bastards. You're going to have to tear me apart. Oh my God, Josie, Josie, Josie ist tot. Josie ist tot. Was zur Hölle? Der ist leider auch tot. Jetzt bin ich wirklich der Letzte. Warum zoomst du ständig? Denkst du, durch das Zoomen bist du näher dran? Nein, weil ich bin so gewohnt, auf Leertaste zu springen. Und Leertaste ist Zoom. Kennst du das nicht? Dass du einfach, du willst springen und es gibt kein Springen. Es ist einfach Zoom in dem Spiel. What the fuck? Die unbefleckte Maschine. Wow. Wow. The moon is above us, throwing closer together with every second. No, Josie! Scheiße. Das war wohl Josie. Sie wollte aber hier gerade Dynamit oder was ist das? Scheiße. Und wo ist der andere? Was sind das für Viecher? Nein, nein, nein. Declin, Declin! Fuck, das kann nicht passieren. Declin. Hör auf mich. Du kannst nicht ihr vertrauen. Sie ist. Sie ist nicht, sie ist nicht, wie du denkst. Und wenn sie ist, wie du denkst, sie nicht verdient. Das war's für dich. Die sagen, was du denkst. Das war's für dich. Ich weiß, was du denkst. Sie sagten, wie du denkst. Die sagen, was du denkst. Aber du... Ich werde nicht weitergehen, Junge. Schrauben die Welt, Mann. Und sagen deine Mutter, zu schrauben. Für mich. Ja. Das ist der Ende. Okay. Oh nee, oder? Schon wieder so ein Scheißrätsel. Ich bin bereit. Scheiße, ist das okay? Wo ist das? Wo ist das? Ist es das? Nee. Da ist es. Das ist das Richtige. Jetzt muss ich nur wieder... Nee. Ist es nicht. Ich dachte, es wäre das Richtige. Ist es aber nicht. Das ist das Richtige. Nein, das ist es auch nicht. Scheiße. Wie kann ich denn die anderen? Die anderen kann ich nicht. Ach lol. Wieso kann ich denn nicht die anderen dran... Also... Hä? Warte mal. Es gab keinen Weg zu der Maschine. Ich muss das Rätsel lösen. Oh Gott. Ja, aber das stimmt doch... Hinten und vorne nicht. Die anderen kann ich nicht drehen. Oder was? Ach, ist das echt wieder... Hm. Die anderen haben schon die Balken von oben, glaube ich. Nee. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber vielleicht ist es auch einfach vergilbt. Ja. Dann probier es mal mit dem. Ja. 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 Okay, Säule 1 aktiviert. Ich brauche Sauerstoff. Gucken wir auf Säule 2. Drei Säulen muss ich aktivieren. Oh, geil. Ich brauche dich an. Ich brauche dich an. Ich brauche dich an. Nein. Nein. Kann ich den Würfel vielleicht auch aussuchen? Nicht wirklich, ne? Das ist das, aber die Mitte stimmt nicht. Das an der Seite stimmt, aber die Mitte stimmt nicht. Naja, das war es auch nicht. Nein. Auch nicht. Okay. Das ist doch zum Heulen. Wo ist das jetzt wieder? Nein, das ist es auch nicht. Das andere kann ich wieder nicht drehen. Und es sieht wieder nicht aus wie das... Oh Gott Allah, jedes Mal. Jetzt, jetzt. Jetzt, die letzte. Wie sieht es mit meinem Sauerstoff aus? Okay, es reicht noch. Die ist schon fertig. Ach du Scheiße. Ne, doch. Könnte sogar schon das hier sein. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Es ist halt alles so vergilbt schon, ne? Oh, ich weiß es nicht. Könnte es sein. Warte mal. Nein. Ja. Nein. Oh, verdammt, Alter, ist das schwer wieder. Ich kotze ab. Nein. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Also, warte mal. Also. Machen wir mal jede Seite. Nein. Nein. Bura? Nein. 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 Ach nicht. Vielleicht ist es da unten? Alter. Ah. Nein. Nein. Oh. Oh ja. Das könnte... Das könnte... Nein. Nein, leider nicht. Nein. Genau. Nein. Ich komme einfach nicht drauf. Nein. Vier Eck oben links, da war das. Das oder das? Es gibt halt mehrere mit Vier Eck oben links. Das ist echt nicht so einfach. Ich weiß auch die Mitte nicht. Die Mitte nimmt da einfach nicht mehr an. Ach, die Mitte stimmt jetzt. Ich muss nur noch das... Echt? Die Mitte stimmt? Toll. Ich dachte, die Mitte stimmt nicht. Mist. Ja, das stimmt. Obwohl, warte mal. Ich kann es nur drehen. Es gibt es doch einfach nicht. Ich finde es nicht. Nein, das ist Quatsch. Es ist der richtige Würfel, ja. Es ist der richtige Würfel. Ja, muss der richtige Würfel sein. Hä? Zwei oder drei? Was? Zwei oder drei? Das gibt es doch nicht. Das? Oh, nicht. Hä? Und das? Oh, nicht. Das hier. Oh, nicht. Ich bin verwirrt langsam. Es muss ein Strich von oben sein. Es könnte aber auch ein Quadrat sein. Es ist ein Quadrat, aber ein Quadrat auf der linken Seite. Jetzt habe ich es. Oh, Gott, das funktioniert. Mein süßes Herr. Ich bin so, so. Jesus! Wow. Was ist passiert? Die Zeit ist leer. Es ist unerwartet. Wir waren zu früh, Shane. Der Motor kann nicht mehr die Träger entkommen. Wohin denn? Wohin denn? Scheiße, mein Sauerstoff ist auch gleich leer. Scheiße. Es ist unerwartet. Das unverteidende Licht. Es hat das Tempel verletzt. Der Motor. Wir haben es geholfen. Warum funktioniert das nicht? Was haben wir nicht erlebt, was passieren würde. Was ist das? Was ist das? Es ist gut, dass ich rennen soll und wieder gleichzeitig lesen. Ich ersticke es sowieso gleich, weil ich keinen Sauerstoff mehr habe. Mein Sauerstoff ist von Geisterhand wieder aufgefüllt. Okay. Da, 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 da. Der ist mich tot. Was ist das denn für ein Quatsch? Na toll. Wieder mal draufgegangen. Okay. 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 Hätte ich einfach nur drauf stehen bleiben müssen. Und ich springe runter. Und ich springe runter wie so ein Dämmel. Okay. Oh, ach so, ich kann nicht springen. Schon wieder habe ich das gemacht. Junge, 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 Junge. Oh, das kommt schon wieder. Oh. Äh. Runter oder, ich weiß es nicht. Okay. Ich hoffe, die Würmchen kommen jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ich bin ja voll. Es kommt. Oh. Okay. Du musst auf die Mühle gehen. Es gibt keine andere Weise. Geh zu den Starrern, wo die Cyrenäu hat die Barriere geschlossene, und aus dem Himmel. Alle sind tot. Ich habe die Maschine aktiviert. Und nun? Zur Startrampe. Auf geht's, verlassen wir den Mars. Letzter Mann auf dem Mars. Junge. Der Rover ist auch gleich im Arsch. Okay. Entkomme vom Mars. Das ist ja. Was hier ist auch noch? Nicht gut. Okay, ab nach oben. Oh, oh. Was zur Hölle war das? Okay, ich muss wahrscheinlich erstmal hier in der Kiefer sorgen. Zack. Und eingeschalten. Was? Oh, yeah. Da will jemand, dass ich nicht gehe. Wieder nach unten. Komm schon. Wie wär's mit ein bisschen schneller, Alter? Rutschen. Rutschen? Na gut, dann nicht rutschen. Wow. Wow. Ah, toll. Nicht jetzt. Sie werden das Schiff destruieren. Nein. Nicht mein Schiff. Scheiße. Komm hier nicht durch? Ah, ja. Komm schon haben, beeil dich. Er wird das Schiff zerstören. Scheiße. Es gibt Bewegungen unter dem Sand. Diese Dinge sind zurück. Ich brauche noch schnell Luft. Falls jetzt ein Kampf kommt, oder was weiß ich. Ich muss schnell sein. Das Rücken sollte sein. Oh. Ja. Als ob, Alter. Jetzt darf man nicht mehr mehr auf den Sand laufen. Jetzt kommen da die Sandviecher. Oh, scheiße. Oh. Oh. Oh, scheiße. Und es gibt Bewegungen unter dem Sand. Diese Dinge sind zurück. Oh, kacke, Alter. Wie soll ich denn da jetzt weiterkommen? Ich muss schnell sein. Ja, ich muss mich beeilen. Ja, ich bin, ich muss mich so beeilen, von Sandwürmern gefressen zu werden. Hä? Wie soll das gehen? Ich kann nicht springen. Ich muss mich so beeilen, von Sandwürmern gefressen zu werden. Okay, vielleicht darf ich nicht rennen. Obwohl er schreit. Ich muss mich beeilen. Schon schwierig jetzt. Shit. There's movement under the sand. Those things are back. I have to be quick. Man sieht ja nicht mal, wo die sind. Das ist doch voll der Scheiß, Alter. Wie soll man denn da durchkommen? Man sieht ja nicht mal, wo die sind. Normalerweise sind doch da so Hügel oder so. Pfff. Vergiss es. Shit. There's movement under the sand. Those things are back. Wo denn? Ich sehe die nicht. Wo sind die? Ich muss schnell sein. Na, okay. Das ging ja jetzt gerade noch. The rock should be safe. Okay. If I can just make it to the rocket. Scheiße. Scheiße. Ja, ja. Moving. Run, run. Der Scheißwurm ist hier irgendwo. Ich höre ihn. Cool, Alter. Wie es Fußspuren hinterlässt. Ich muss schnell sein. Okay. If I can just make it to the rocket. Wo ist er? Oh, 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 oh. Run, run. Just run. Es ist geschafft. Ich hoffe, dass das Land zusammenhält. Los. Ab nach oben. Alter, überall diese Tentakeln. Okay. So, wie sollen wir jetzt die Rakete starten? Ist wahrscheinlich hoch. Aber die Tentakeln werden uns festhalten. Jetzt will er einfach die Rakete starten und hoffen, dass die Tentakeln abreißen. Okay. Ich habe nur noch Zeit. Ich habe immer noch Zeit. Ich habe immer gedacht, dass ich hier Mars verlassen würde. Okay. Okay. Lukas, Ina, Josie, Declan. Das ist für dich. Alles muss sein, dass es in der Bühne ist. Das ist es. Ähm... Nein. Hä? Mars sucks. Okay. Ich mache mal alles hoch. Alles grün. Kann ja nur... Alles auf grün, Baby. Alles auf grün, Baby. Sehr gut. Alles klar. Ich habe ausgerichtet. two... zu... zwei... ... ... ... ... ... ... ... Close your eyes, cross your fingers. Come on! We're clear of the atmosphere. Trajectory is set to orbit. What do we do next? Mom? Mom, are you there? Holy shit! What's happening? Oh... Yeah, what's going to happen? Yeah! She just hit our... rocket. Bye. This is everything you are. Just you, alone. It's time, Shane. Time for what? Hush, my sweet boy. It's almost over. No, this is wrong. You want to release those things? They must be free. So that I can be free. You destroy the Gaia engine with your corrupted hands. Free, Shane. Help me. I'm ready. Mars sucks. Mars sucks. Okay. Home. Dreamers? No! Und das wars. Zwei Mondes sind zerstört worden. Geil! Und das wars. Die zwei Mondes sind zerstört worden. Scheiße, der Sauerstoff geht mir aus. Das war's. Krank. Ja, ähm, ich hab, also, Story ist schon schwer zu kapieren. Irgendwie hat er als Kind das Necronomikum in die Hand gekriegt, was die Mutter oder der Vater hatte. Nee, ich glaub eher die Mutter. Und ist dadurch von einem Dämon besessen worden, der sich ausgibt, wie sei, also der sich ausgibt als seine Mutter. Oder, ich hab keine Ahnung. Und dann gibt's die Aliens auf dem Mars und dann hilft die Mutter ihm. Und weiß über alles Bescheid und was? Ich hab echt nichts kapiert. Was? Das Spiel ist genauso verstörend und verrückt wie Soma. Nein, also Soma, ganz ehrlich, Soma ist nachvollziehbar gewesen. Das hier nicht. Das hier hat für mich keine... Also, für mich ist das... Keine Ahnung. Ich krieg einfach nicht zusammen, was ist denn da jetzt bitte alles passiert. Also, klassische Lovecraft-Story, ja. Also, Soma war für mich schon nachvollziehbarer wie das hier. Das hier hab ich überhaupt nicht kapiert. In Soma geht's ja nur darum, dass, äh, Ding, Bewusstsein, äh, transferiert wurden in Roboter. Und die Erde tot ist und man ein Ding, eine, äh, ein, ein, ein Zufluchtsort für diese ganzen Seelen gefunden hat, die digitalisiert wurden einfach. Und du, äh, bist dann eine Kopie deiner Seele quasi und sorgst dafür, dass deine andere Kopie leben kann in diesem Eden, was die erschaffen haben. Das eigentlich nur ein Satellit ist. Ist übelst geil nachvollziehbar gewesen, aber, aber das hier, nein, einfach nein. Also, außerirdische Form hat die Basis eingenommen und du musstest vom Mars fliehen. Ja, das ist mir schon klar, das war ja klar. Aber, was waren diese, diese, diese Kugeln und warum hatte ich das auf der Hand? Weil ich dieses Buch angefasst hab, das Necronomikum und dann ist der Ursprung des Bösen, also quasi der Mars gewesen. Oder, wie muss ich mir das vorstellen? Ist ein bisschen verwirrend, ne? Muss man ja mal zugeben. Aber war, also, war nicht schlecht. So, von den Rätseln her, von dem Horror her, von der Story her, als ob das Spiel Observer, habe ich komplett null verstanden. Ähm, da geht's ja um, äh, um Mordaufklärung, glaub ich. Observer wollte ich noch spielen, aber, ähm, den, die, die, äh, überarbeitete Fassung, ich weiß gar nicht, ob die schon draußen ist, mit, 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 also diese überarbeitete Fassung mit Dingen hier, ähm, wie heißt's? Oh, RTX und so, Raytracing und so, da gibt's ne, soll ne, soll ne überarbeitete Fassung rauskommen, aber bis jetzt, glaub ich, noch immer nicht erschienen. Auf diese überarbeitete Fassung warte ich, auf jeden Fall. Ja, aber nochmal, um auf dieses Spiel zurückzukommen. Ja, der Mars ist einfach der Ursprung des Bösen gewesen, mit seinen zwei Monden. Irgendwie so, hab ich das verstanden. Ach, keine Ahnung. War schon ein bisschen verwirrend, alles. Ich hab echt nicht viel verkapiert. Konnte am Schluss auch nicht mehr lesen, weil ich abhauen musste. Also, irgendwie fand ich das auch ein bisschen Banane. Kommt denn da jetzt noch was? Ja, wir lassen's mal noch weiterlaufen. Haben aber ganz schön viele Leute mitgearbeitet. Ich muss auch sagen, von der Grafik her hat's mir auch sehr gut gefallen. Das sah, sieht einfach echt gut aus. Ist jetzt natürlich, ähm, nicht extrem geil AAA-mäßig, sondern... Halt für einen Indie-Titel, also richtig, richtig gut. Da kann man echt nichts sagen. War auf jeden Fall interessant. Auch so, wie es gestaltet war und so. Manchmal, äh, war's ein bisschen ein blödes Gesuche und Rumgelaufe. Aber irgendwann hab ich's doch rausgefunden. Wo lang, wie lang. Genau. Mal gucken, ob jetzt noch was danach kommt. Observer System Redux, meinst du? Es kann sein, dass das Redux heißt. Ich weiß es nicht. Das gibt's schon seit 20. November. Ach, was? Ist schon draußen? Oh, vielleicht komm, suche. Guck ich mir dann auch mal dem Next-Observer an. Test-Tronic. Test-Tronic. Okay, da geht's noch weiter. Ich dachte, das wär jetzt aus. Aber nein. Der Adam Bowie-Jaw. Bo-boi-bio-vo-no. Was? Ja, seit einem Jahr schon. Ach so, ich dachte, diese... Echt, das RTX-Update ist schon draußen. Giltet das eigentlich auch für die Leute, die das Normale haben? Weil ich hab das Normale... Kann ich das dann quasi upgraden? Umsonst? Oder kostet das jetzt extra wieder, wenn du das Redux kaufst? Wahrscheinlich schon, ne? Höchst wahrscheinlich schon. Ist ein... Aber das Ende ist auch echt wieder so typisch Horror-Game. Weißt du? Der ist richtig dumm. Ist genauso wie bei dem anderen Spiel, was ich gespielt hab. Na gut, da gibt's mehrere Händen. Ich weiß nicht, ob's hier mehrere Händen gibt, aber ich glaube nicht. Das Ende ist voraus. Sehbar oder vorhersehbar. Also vorher bestimmt. Mein Gott. Ich muss ins Bett. Ich bin müde. Ja, das hat Ray Tracing und 4K und so weiter. Ah, okay. Sind wir jetzt endlich soweit? Ich frage mich, ob echt jetzt er vielleicht doch noch gerettet wird oder... Vielleicht lebt er ja noch in seinem Anzug. Aber wer soll ihn retten? Alter, das gibt's ja nicht. Das sind noch mal so viele Entwickler. Ist ja krank. Gleich Moon of Darkness 2 Teaser am Ende. Kann sein. Und das heißt Moon of Madness und nicht Darkness. Alter, wie? Geht ja schon lang. Jetzt kommt wieder Unreal. Ach, es war die Unreal Engine. Ah ja gut, dann ist ja kein Wunder, dass das so gut aussieht. Guck mal, die Europäische Union für Computerspiele hat auch noch Geld reingesteckt. Aber war echt cool. Cooles Game. Jetzt schauen wir mal. Ist noch was? Oder war's das jetzt? Nein, er ist tatsächlich tot. Der arme Sean. Der arme Sean ist tot. Naja, dann war's das jetzt. Mit dem Game. Der arme Sean. Suiv az. Bitter.